Ich wurde hier geboren und lebe hier, ja dann Samstag, Tobi So, mit dem YouTube-Zeichen starten wir in den, ich weiß nicht wieviel Namen, 14. Stream ist es zumindest von Days Gone Wir sind mittlerweile Irgendwie ist das Spiel heute so leise Kommt mir dann so vor Oder so Stufe 29, haben wir noch Fähigkeiten? Nein, haben wir nicht, okay Dann ist die Frage, was wollten wir machen? Unser Moped ist voll und betankt, das ist schon mal gut Wir haben noch 15.000 Geld Aha, okay Wo sind wir denn? Mal ganz kurz gucken, ach wir sind da, wir konnten nämlich hier nichts machen Und dann ist die Frage, was mussten wir machen? Wir mussten da oben das Camp kaputt machen Genau, das wollten wir als nächstes machen Hatten da unten dann noch eine Mission Und wollten dann hier hinten, glaube ich, nochmal Ach nee, da kamen wir nicht hin, ne? Genau, das war baulich nämlich getrennt Dementsprechend, da kamen wir ja noch nicht rein Ja, dann fahren wir nach da oben und machen da das Camp und machen da unten dann die Story Oder warten wir, dass da oben nochmal Story ist? Das ist eine gute Frage Ich würde sagen, ja komm, machen wir uns das erstmal Ein guter Soldat, das ist das einzige anscheinend, weil wir im Moment aufhaben Kann ich da hinfahren? Nein, da kann ich nicht hinfahren, ja gut, dann fahren wir da so hin und let's go, würde ich sagen Dann gucken wir mal da, wie da die Hauptstory weitergeht 840 Tage sind wir mittlerweile im Spiel Und noch kein Ende in Sicht Ist ein Mammut-Ding Könnt ihr nicht ab morgen den so spielen? Nee, morgen kommt offiziell ja die neue Erweiterung raus Und wie man so schön weiß Never play on patch day Also das heißt, ich hab das Ding noch nie gespielt Und wenn morgen vielleicht die Hälfte aufgrund von Server-Hiccups Weil alle morgen wieder einloggen Nicht funktionieren Schlechter Start Deswegen hab ich gesagt, spielen wir einfach nach Release Ich werde nicht vorbeikommen können, Markus Ich bin auf neuer Jobsuche Wieso, warum, was passiert? Ich dachte, du hast einen Krankenschein Ja, wir hatten tatsächlich ja noch einen neuen Tank geholt Und neue Reifen für unser Moped Ergo, da haben wir ja auch ein bisschen mehr jetzt Tankleistung Oder Inhalt, beziehungsweise Grip mit den Reifen Den Rest mussten wir halt dementsprechend noch zusammenschparen Weil wir nicht genug Geld haben, oben in dem Camp Hier haben wir lustigerweise 15.000 In dem dummen Camp da oben, wo wir aufwerten können Haben wir es leider nicht Da sind wir knapp bei Kasse Alter, schuldigung, hier ist der Camp groß Das ist ja ein riesiges Camp Ja, erstmal Winterreifen, damit wir ein bisschen mehr Grip haben Hier in der Wüste, na klar Das sind jetzt die Reifen mit dem besten Grip Die wir halt drauf machen können Ja, machen wir mal auf Und Weber, was wird released? Äh, was wird wann wo released? Die Frage ist ein bisschen offengestellt Es wird wahrscheinlich viel released, aber Was ist genau deine Frage? Oh Scheiße Hupsi Während beim Mopedfahren kann ich immer wenig auf den Chat gucken Weil ich da tatsächlich, äh, mich aufs Fahren konzentrieren muss Sonst bin ich instant hier irgendwo, wo ich gar nicht sein will Wie viel Schrott haben wir eigentlich? Jetzt sehe ich gerade gar nicht Verdammt Wollen wir noch Schrott? Ich weiß jetzt gar nicht Hätte ich doch mal gucken sollen Aber hier gibt's Ah, wir sind voll Okay Easy Äh, du und dein Chef sind nicht auf den Nenner gekommen Weil du halt nicht die großen Mopeds in der Stadt fahren wolltest Ja, gut, okay Das ist natürlich, wenn beide Seiten sich dann halt nicht einig werden Das ist natürlich dann, ja Ist vielleicht besser, sich halt zu trennen Anstatt irgendwas zu machen Was du halt nicht magst Und, oder Ich formuliere es jetzt mal ein bisschen harscher Was dir vielleicht noch nicht zutraust Weil wir jetzt so lange hast du den Führerschein Ja, halt eben noch nicht Und wenn du halt dementsprechend nicht erstmal die Erfahrung Mit dem Umgang halt sammeln kannst Auf weiter großer Strecke Ja, klar Kann man verstehen Ich hasse diese Dinger, ey Das sind echt die schlimmsten Wann war er denn angreifen? Nein Stopper Stopper angreifen Okay Boah, zu viele Spiele gespielt Ich weiß noch nicht mehr, wo ich angreife Okay, schwierig Alter Okay Also er war angreifen Alter Finne Jetzt habe ich mit der Code Wayne Vierecktaste angegriffen Die natürlich in diesem Spiel nicht angreifen ist Dankeschön Oh man, ey Oh, wir müssen ja irgendwo abbiegen Moppet kaputt Aber wir müssen ja eh noch 100 Teile Schrott an einem Moppet irgendwie reinbringen Von daher Machen wir das mal So Okay Da ist nix drin Ey Lu, hör auf Ion war das, wo meine Schreiberkarriere angefangen hat Da kam damals die PC Games nämlich auf mich zu Und meinte, ob ich halt für dein neues MMO ein Guide halt schreiben will Ein Klassenguide Ja, ja Fand ich mich, hab ich mich geehrt gefühlt Und hab gesagt, ja klar, würde ich gerne machen Und dann saß ich in Ion Und hatte dasselbe Problem, was du gerade sagst Plötzlich waren die Quests zu Ende Und der Guide bestand darin zu sagen Stellen sie sich für die nächsten 20 Level an irgendeinem Mob Und hauen den 100.000 Mal um Und ich hab dann auch mit der PC Games halt gesprochen Und hab gesagt, ey, du, du, du kannst jetzt nicht wirklich ein Level Guide schreiben Weil das war halt noch quasi, äh, Pre-Release bis kurz zu Release Der Guide sollte halt mit Release halt fertig werden Und hab ich halt gesagt, äh Wenn ich jetzt so ein Guide schreiben soll Also das ist ja in dem Sinne A kein Guide Und B ist daher auch kein Content Also vielleicht sollten wir nochmal warten bis zum Release, ob da Content kommt Weil da wird ja sicherlich noch Content kommen Also Quests, dass man halt noch leveln kann Und nicht jetzt einfach gar nix Und dann haben wir halt eben gesagt, äh, die ersten 20 Level für einen guten Start halt Dass wir den, äh, nicht auf max level Guide genannt haben Sondern eben, äh, umdesignt haben den Guide Weil das war nicht machbar Weil das Spiel dann überhaupt nicht hergegeben hat Alter Schwede, ey Und wie auch nachdem dann der Guide, äh, fertig war Habe ich Aion auch ehrlich gesagt nie wieder angepackt Weil, nein, sie haben's Spoiler, sie haben's nicht geändert Also über lange Monate nicht Mag sein, dass sie's dann nach Jahren oder so geändert haben Aber gerade halt kurz nach Release war nichts geändert Und du musstest halt wirklich grinden wie die Hölle Gibt es eigentlich noch Online-WOW-Guides von dir zu lesen? Ich war ja nicht Online-Dopi Ne, Print Also tatsächlich vier Jahre Print-Hefte Habe ich alle im Schrank stehen Online, nein Weil ich halt eben tatsächlich nicht für die, äh, Websites geschrieben habe Ganz klassisch Sprint Ich wollte eigentlich gucken, ob ich hier jetzt noch Schrott mitnehmen kann, aber Ja, vielleicht an den Autos Warte mal, muss ich den hier nochmal machen Ja, tatsächlich, Lu, ähm Die Geschichte bei asiatischen MMOs Ist halt komplett ne andere Du wirst lachen Die ganzen Quests Waren tatsächlich nur für den Westen drin Die gab's in der Ursprungfassung vom Spiel halt überhaupt nicht Weil tatsächlich anscheinend Asiaten Für die ist Leveln tatsächlich Grinden Die questen halt nicht Die halt questen Dass wir halt Gezwungen werden Äh, zehn Rehe umzuhauen Weil jedes zehnte Reh nur ein Huf droppt Und die anderen Beine sind halt nicht da Keine Ahnung Ähm Das ist eher so ein Ding, um uns westliche Spieler zu motivieren Die Asiaten brauchen das nicht Das heißt Das Spiel war ja schon ein, zwei Jahre vorher in Asien erhältlich Und für den westlichen Release haben sie jetzt das halt überarbeitet Damit das Leveln fluffiger wird Aber, ja, sie haben dann halt Wie du schon sagst Irgendwo ab Level 20 Vergessen, wie es weitergeht Und haben schon gedacht Ach ja, das reicht Ne, hat nicht gereicht Also von daher Bei so asiatischen Dingern Sind halt Wenn du da nicht so irgendwie So ein Grind gehen hast Sind die teilweise echt Für uns nicht zu gebrauchen Auch schon nach westlichen Anpassungen nicht Machst du jetzt eigentlich nur noch Streaming Oder noch was anderes Ähm Das kann man nicht so einfach beantworten So Odd Ones Also ich bin tatsächlich Zeit 2012 Äh, zwölf Selbstständig Das heißt Das, was ich verdiene Mache ich Durch meine Arbeit Und oder Dienstleistung Die ich anbiete Ähm Im Moment ist es sehr viel Streaming Was so mittlerweile das Hauptding geworden ist Aber ich mache nebenbei natürlich auch noch was anderes Wie jetzt unter anderem Bin ich jetzt ja samstags bei Max Da heißt Da streame ich halt für Max Vielleicht dann bald bei der CDU Da habe ich ja auch gehört Die suchen eine coole Crew Wollen da ja was eigenes mit den Influencern machen Also Vielleicht dann auch bald bei der CDU oder so Wenn die dann was starten wollen Das war ein Witz Ihr müsst jetzt nicht sehr abonnieren Und die followen Nein Alles cool Wollte nur witzig sein Nee Oder wenn dann halt eben irgendjemand anfragt Ob ich irgendwas machen kann Sei es jetzt ein Testvideo Oder Off-Stimme Oder was weiß ich Klar Das mag ich dann natürlich auch Also das, was man halt dann eben Abrechnen Beziehungsweise eine Rechnung halt schreiben kann Das ist halt eben Das, was du als freiberuflicher Redakteur Halt dann eben machst Du halt Lebst halt eben Entweder von Aufträgen Oder eben Nehmen wir schlecht Vom Streaming Und tatsächlich ist es Um die Frage halt nochmal anders zu formulieren Immer besser natürlich sich auf mehreren Standbeinen Hinzustellen Weil wenn eins wegbricht Fällst du nicht sofort um Hast du nur eine Sache Was weiß ich Ne Wenn ich jetzt hier einen dummen Witz machen würde Und alle wären weg Weil ihr mich alle hasst Wäre ich morgen arbeitslos Und hätte kein Geld Ist halt nicht schön Vielleicht lassen wir dich dann lieben Leck mich Ich glaube er kann uns nicht hören Mal sehen ob wir das nicht ändern können Von mir erfahrt ihr Einen Scheiß Hallo Auf sich Hörst du mich jetzt Hä Hallo Schaff die mir aus den Augen Was meint ihr Vielleicht können wir das in dem Camp eintauschen Gegen Punkte Großer Gott Ich komme Taylor Halte durch Oh man ey Dieses Spiel Dieses Spiel Ja Und dementsprechend halt Mehrere Sachen zu haben Wenn mal eins schwankt Wegbricht Ist halt nie verkehrt Gerade in der Selbstständigkeit Ich denke mal Das ist halt nachvollziehbar Ja ich hab's gerade witzig halt formuliert Aber das war leider kein Witz Dass die CDU Tatsächlich über sowas halt nachdenkt Das fand ich schon Das CDU Stream Team Ufe Nun Entschuldigung Das lachen wir jetzt nie vor Kneifen Ey Biomutant Da hoffe ich auch auf den Release Date Dope Ich hab's ja auf der Gamescom schon spielen können Und ich hoffe dass das halt ein cooles Game wird Es hat einen verdammt guten Eindruck gemacht Mir hat's Spaß gemacht Bibi hat's gefallen Sie hat's auch angespielt Also von daher Biomutant Hoffe ich dass wir auch jetzt ein Release Date Dann bekommen Und dass es nicht mehr so weit weg ist Mit C Lebertin Mit C Wie gefällt dir das Du Dreckskerl Siehst du irgendwas Er wird auch gerne mal Marcuse genannt Ja ja natürlich Le Franzose Marcuse Wer kennt ihn nicht Mit dem großen Langen Starken Krossen Bock jetzt Da steht noch einer Der guckt genau in meine Richtung Alter könnt ihr ja mal den Stein nehmen Doseninventar voll Okay Das ist gut Ein elektrischer Zünder Davon gibt's Bilder Von dem krossen Baguette Ah Mit einer Prise Knoblauch Knoblauch War jetzt entwicklechlecker Der Mann mit dem goldenen Colt Gut Guck doch mal bitte in die andere Richtung Wie gefällt dir das Du Dreckskerl Glaubt der war ein bisschen verbuggt Oder so Einmal muss ich noch was dazu sagen Heißt das wir sehen bei Leute wie LeFloid In der CDU Die Frage kann ich dir nicht beantworten Weil ich nicht weiß Inwieweit das erlaubt ist Wenn das rechtlich erlaubt sein sollte Was ich nicht weiß dass es ist Oder nicht ist Keine Ahnung Könnte dir CDU Geld Anbieten Und sagen Wenn du Mit deiner Reichweite Den Leuten sagst Die CDU ist geil Könnte auch jede andere Partei sein Soll jetzt kein CDU-Wash sein Und die zahlen dafür Geld Dass jemand diese Meinung Vertritt Wäre das quasi Sponsoring Ob das bei politischen Themen erlaubt ist Das weiß ich nicht Das kann ich dir nicht sagen Da kenne ich mich ehrlich gesagt Politisch und gesetzlich Zu wenig aus Als dass ich sowas sagen könnte Wenn das erlaubt wäre Dann wäre das genau worum es geht Ja Also das ist halt genauso Wie jetzt halt Firmen an die Influencer Rantreten und sagen Hey ich zahle dir Werbung Damit du halt sagst Keine Ahnung L'Oreal Enthaarungscreme für den Intimbereich Ist ein geiles Produkt Und dann sagst du als Streamer Ja ich nehme das Geld Und sag halt Ey cool Ich entferne mir halt meine Intimhaare Mit L'Oreal Enthaarungscreme So was wird doch niemand machen Noble 1 Also ich glaube die Frage Die man darstellen muss Ist eigentlich nur Was ist dein Preis Oder der Preis Von dem Den sie haben wollen Weil Wie sagt man so schön Gier frisst Hirn Weil wenn irgendwann Einfach das Geld Halt winkt Warum machen Leute Für manche Produkte Werbung Und das sind Kackprodukte Weil tatsächlich Ja Geld halt Ne Genau was Gnossi sagt halt Geld regelt dann teilweise Halt alles Ich mein Ich weiß halt nur nicht Ob es bei Politik halt Erlaubt ist Weil Du kannst halt nicht Unendlich Werbung für Wahlkampf Und oder Meinung Für Parteien halt glaube ich In Deutschland machen Ich weiß aber nicht Wie das gesetzlich geregelt ist Weil ich mich sonst eigentlich Auch hier im Stream Echt nicht zu politischen Themen äußere Weil ich da echt zu wenig Ich weiß jetzt habe ich sehr oft Echt gesagt Zu wenig Wissen habe Um da halt eine kompetente Diskussion führen zu können Geschweige denn Dass ich vielleicht was richtiges Oder falsches halt sage Und sich darüber Einer von euch Eine Meinung bildet Das kann ich halt Kann ich nicht Weil Das ist nicht mein Ding Also dementsprechend Da bin ich echt Von meinem Kumpel Da bin ich echt der Falsche Weil außer tatsächlich Wahl Also sprich wählen Ähm Mache ich echt nicht viel Was politisch halt ist Naja gut Den habe ich jetzt irgendwo Abgelenkt Wo ich den gar nicht Hinhaben wollte Jetzt kommen nämlich Alle drei Ah da komme ich aber Nicht rum Naja okay Ich muss mich ein bisschen Grad konzentrieren Ich hab was gesehen Weil Kostos hat was geschrieben Was ich jetzt beim ersten Mal Lesen jetzt nicht direkt Verstanden habe Deswegen kann ich da Grat nichts zu sagen Muss es nochmal lesen Wodkark Einfach so 21 Monate Auf den Reise Oder auf der Reise Zu den zwei Jahren Das ist eigentlich Wodkark Ohne Massage Wodkark Wie immer Das ist eigentlich dickes Dankeschön Für den Support Die 21 Monate Sei gegrüßt Und Dankeschön So wo ist der letzte Dude Den sehe ich jetzt nicht Der ist links von mir Ah toll Den letzten habe ich jetzt her Der ist ja jetzt auch weg Okay Naja fast sneaky So Wünschenswert wäre das Generell in allen Parteien Also Politiker mit Kompetenz Fürs Netz Und einer Sprache von heute Aber bezahlte Influisse Das Werbefoto-Parteien Dürfe das verhindern Ja das meinte ich Da kenne ich mich aber eben Werd nicht aus Werd ist Das soll ja quasi Diese Gesetze halt verhindern Dass halt große Parteien Mit viel Geld Einfach zum Beispiel Die besten Werbeplätze Bei Rittet Plus halt kaufen Und dann hast du halt Bei Günther ja auch Bei Werbe mit Millionär Plötzlich nur noch Werbung Von den großen Parteien halt Das soll halt eben verhindern Dass halt nicht jeder Werbung Der halt Kohle hat Irgendwie irgendwo halt schalten kann PS4 Anpannen PS4 Wir sind halt mittlerweile Echte Konsolengamer halt quasi geworden Alles was halt auf der PS4 möglich ist Machen wir da halt Und verzichten da gerne auch Auf FPS Oder Auflösung Das ist uns nicht so wichtig Dafür haben wir halt den Komfort Ist easy zu streamen Klar Wenn es woanders halt eben Nur spielbar ist Sei es jetzt Switch Oder PC Dann spielen wir da natürlich auch Kann ich verstehen Kann ich verstehen Baby Und der Lumbo Der Timo Im 46. Sei grüß mein Lieber Na wie geht's dir Und dankeschön Fürs 46 Schön dass du mal wieder reitschaust Das ging gut Ich bringe ihn um Ich bringe ihn um Nicht schwer Fallen lassen Na los Runter Jetzt mach schon Runter damit Runter damit Ich bringe ihn um Ich bringe ihn um Uff Diesmal hab ich gut reagiert Kein Tod Und dann war die Mission abgeschlossen Einfach Ich hatte schon bessere Tage Wizard Island Leider noch kein Level Up Kommt bestimmt bald Ein guter Soldat Wollen wir eben mein Dashboard nochmal wieder aufmachen Dann hat er mir schon wieder zugemacht Verdammt Und Bisji Ich hoffe da spreche ich so richtig aus Dankeschön für natürlich dein Follow Und Rebel Captain Corey Hier spricht Captain Corey Und ich bin Jesus Dankeschön Ja danke Das ist großartig Aber das ist nicht der Grund Warum ich Captain Es gibt ein Plünderer Camp Direkt beim South Rim Drive Plünderer So nah bei der Insel Hören Sie Nein 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 Ich hab sie erledigt Private Taylor Ist verletzt Sie haben ihm ein Ohr abgeschnitten Oh je Geht's ihm gut Private Taylor Was macht ihr da draußen Ja Ja er wird's überleben Ich weiß nicht was er hier draußen wollte Der Doc Captain Jimenez Muss mit ein paar Männern herkommen Und ihn abholen Ich schick die Koordinaten Ich geh zu ihm Und sag Bescheid Curry Ende Na klar schau Hier ist Knopfdrücktag Dann sag ich Dankeschön Timo Ich hoffe dir geht's gut Und alles bei dir in Ordnung Ähm St. John Bist du da? Moment Ja ich höre Hier ist Lieutenant Weaver Schon einen Blick Auf meinen Anforderungsschein geworfen? Du bist ja fast täglich Für die Hexe unterwegs Ich fühl mich vernachlässigt Ja Ja ich meine Ja Sir Styropor Sie brauchen Styropor Stimmt's? Ja genau Styropor Wenn du keins finden kannst Am Highway 97 Südlich von Chemout Steht ein kaputter Laster Unterm Wasserturm Findest du das? Ich bin Hören Sie Ich finde den kaputten Laster Okay Ich hole Ihnen Ihr Styropor Ich bitte darum Weaver Ende Hallo was ist denn hier los Der Gangbang Wo habe ich denn geparkt? Eigentlich hier Ein Offizier Ein Verräter der schlimmsten Art Er ermordete zwei Soldaten Und stahl ein Bike aus dem Fuhrpark Er wurde am South Rim Drive Die haben ich doch nicht geparkt Oder? Der Spike hat einen blauen Tank Finden Sie ihn Corporal Gutes Timing Ja Sir Den kriege ich Corporal Ich will ihn Lebend Lebend Sir Wir werden ihn hängen Corporal Als Exempel für alle Die glauben Über den Milizgesetzen zu stehen Die glauben Über Gottes Gesetz zu stehen Wegtreten Corporal Okay Ja Mal gucken wo wir hinfahren So Die Trollbeiträge Die verstehe ich Die sind kurz und knapp Und mit tollen Emotes Und keine Schachtelsätze Die super kompliziert sind Cosmos Schreib mal mehr wie du trollst Das verstehe ich wenigstens Crash Team Racing Nein Nicht mein Spiel Also tatsächlich weder Crash Bandicoot Noch Racing Also es sind zwei Sachen Die ich nicht mag Also was wir aber spielen werden Wo ich gehypt drauf bin Wo ich jetzt hoffentlich Dann von dir auch Einen Hype im Chat sehe Medieval Das werden wir uns angucken Das habe ich im Kalender eingetragen Ich weiß gar nicht Wann release war Ich glaube November oder so Oder? Oktober November Also Medieval ist zum Beispiel Ein Game Da freue ich mich halt sehr drauf Wo sind wir denn hier lang? Ne Kein Hype Sorry Ja Dann kann ich leider für dich Auch nichts mehr machen Etten Dann musst du halt bei Draco gucken So ein Muppets spielbar Etlich Medieval ist voll geil Also ich weiß nicht Kennst du es denn von früher? Also ich fand das damals mega Also ich hoffe dass das Der Remaster halt eben so cool wird Wie die Spyro Klamotten Wobei Spyro war halt noch nie Wirklich meins Aber ist kein schlechtes Spiel Und Medieval war halt eben damals Schon deutlich mehr meins Ja da hast du ja noch genug nachzuholen Ich bin halt nicht mit Nintendo groß geworden Ich hatte halt noch nie Nintendo Klamotten Außer den Gamecube Und Gameboy Wobei ich nicht mehr weiß Wo mein Gameboy ist Aber gestern überlegt Hab ich hier Weil immer Ist weg Das war's für dich So Okay wieder abbiegen Ach hier ist ein Neopunkt Ja klar Dann nehmen wir gerne mit So ist nicht Dann können wir hier schon mal anfangen Jeder die Lautsprecher Oder wegzumachen Ich hab mich nämlich gerade schon gefragt Warum hier Lautsprecher dran sind Und Nightshade Sei gegrüßt Hobbits abzugeben Schon wieder Haben wir die schon mal irgendwann Da reingeschmissen Ja schmeiß einfach rein Kriegen wir schon hin Wollen wir uns mal ganz kurz hier um Ich hab keine Ahnung wo die jetzt alle herkamen Was war das denn geblockt Hört mal jetzt hier mal bitte auf Mit dem Scheiß Ich besitze nichts altes mehr Das älteste müsste meine Wii U sein Ja Das älteste was Wie viel sitzt bin ich Keine Ahnung Was das älteste ist Was ich besitze Ich glaub der Gamecube Weil mein Gameboy Find ich halt wie gesagt nicht mehr Der ist irgendwie weg Der ist Weiß ich nicht wo Also dementsprechend Müsste wie gesagt Der Gamecube der älteste sein Oder die Playstation Ne Quatsch Die Playstation 3 Müsste nach dem Gamecube gewesen sein Oder Ich glaub ja Und der Santo sei gegrüßt Ich hoffe so einigermaßen richtig ausgesprochen Hi So wie kommen wir jetzt da rein Das heißt wir müssen glaube ich Ein Auto da hinschieben Um da hoch zu kommen Um da rüber zu kommen Würde ich mal jetzt tippen Aber da ist das Nero Ding Ja auch gar nicht drin oder Ja doch schon Äh Muss ich da jetzt echt Ein Auto hinschieben Hm Vielleicht Vielleicht auch nicht Hm Komm ich da rein Da haben wir auf jeden Fall Schon mal den Spritkanister Also hier hoch Komme ich auch nicht Ich brauche irgendwo eine Kiste Oder ein Auto Um irgendwo hier Ach oder komme ich hier hoch Ne hier komme ich auch nicht hoch Und MdWisey Ich hoffe so richtig auch schon gesprochen Und Amy Hotcat Dankeschön fürs Follow Ähm Ne Genau ich renne die Horden einfach um Absolut easy Absolut cheesy Ah hier kommen wir rein Äh verbrauch halt keine Munition Keine Haltbarkeit Das ist super chillig Ah hier ist das Moped Ja der wird wieder leer sein Stimmt Jetzt wo du Atari sagst Zoom Ich hab gelogen Der Tank ist leer Ich hab tatsächlich noch Auf dem Dachboden meiner Eltern Mein Atari 2600 Den hab ich noch Mit allen Spielen Also allen Cardwitches Die ich damals hatte Äh ich hab leider Den C64 nicht mehr Den hab ich abgegeben Ich hab leider Den Amiga 500 nicht mehr Den hab ich abgegeben Äh aber wer hat Den Atari 2600 Oder das Atari 2600 Das habe ich noch Also das müsste Dementsprechend mein Auch meine allererste Konsole halt sein Die hab ich aufgehoben Im Nachhinein Großer Fehler Dass ich den C64 Und Amiga 500 abgegeben hab Hab ich ja schon Mehrfach erzählt Ähm Weil mein Cousin Den ich denen geschenkt hatte Hat es danach Dann auch einfach Weiterverkauft Oder weiterverschenkt Statt es mir halt Wieder zu geben Und das hat mich So ein bisschen geärgert Da hätte ich es auch Selber behalten können Naja Und der Aramed Im zweiten Monat am Stück Ohne Nachricht Aramed Ich sage Dankeschön für zwei Sag ich grüß Schönen guten Abend Ja Die PS1 Haben wir jetzt Äh Vivi hat wieder eine mitgebracht Das heißt Da haben wir jetzt Eine PS1 Die hatte ich eben Auch nicht mehr Ich hatte dann noch Die PS2 und PS3 Entschuldigung Ich habe gerade PS3 gesagt Ich meinte PS2 Also PS2 und PS3 Habe ich halt auch noch Vivi hatte die PS1 Dann mitgebracht Ja und die V Aber die V hatte ich ja auch Also die habe ich ja quasi Äh Mehr oder minder Meinem Ex-Schwager Vermacht Weil die keiner haben wollte Nicht mal Lumbo wollte So Und ich wollte sie auch nicht Und die V Ja Okay Ah Und Mieze Matze Danke für deine Host natürlich Sag ich grüß Brüste Oh Gott Das war dumm Ja Jetzt sind wir im Geschäft Ja genau deswegen Das habe ich vergessen Scheiße Ja jetzt nicht Ich habe Kacke Ich habe Kacke Nicht so mal zur Brüste Wann gibt es VIP Wenn du dir im Stream nie wieder einschaltest Da kriegst du nur Leute Als Abschied Tschüss Kommt dir wieder Äh Was Hat er dich gesagt Äh Sollte da nichts drauf Machen Ich gehe mal ins Haus Okay Halt die Klappe Das ist safe space Tschüss Nein eigentlich gibt es ja gar kein VIP hier Hero Micro Recorder Keine Ahnung Ob ich mir das wirklich anhören will Es kommen Es kommen immer mehr Und mehr Sie kommen hier nicht rein Wir sind sicher Scheiße Der Generator Kein Streitstoff mehr Es gibt kein Strom Kein Strom Scheiße Scheiße Halt die Klappe Halt die Klappe Halt die Klappe Die Türen Wir haben Sie sind mit dem Notstrom verbunden Wir haben Wir können sie nicht mehr Scheiße Was sollen wir machen Ich weiß es nicht Ich Ich zuerst Zuerst Ich Ich kann nicht Ich kann es nicht Gott hilf uns Hunkoff Sei gegrüßt Gott verdammt Was für ein Abgang Ihr hättet das einfach tun sollen Und genau Wenn ihr halt irgendwelche Whisper bekommt Oder so Blockt die einfach Da kann ich als Streamer halt überhaupt nichts machen Im Zweifel müsst ihr in eure Twitch Einstellung Und halt Whisper von unbekannten Personen Unterbinden Dass es nur noch von befreundeten Personen möglich ist Oder von Streamern Den ihr folgt Da habe ich leider null Einfluss drauf Ich wünschte Ich könnte dir einmal bei mir bannen Dass sie dann für Twitch gebannt wären Das ist aber nicht der Fall Also von daher Da müsst ihr halt leider selbst aktiv werden Und bitte bloß nicht die Links anklicken Ich habe damit nichts zu tun Und ich kann es auch leider nicht unterbinden Ein Nero-Injektor Ich glaube ich nehme nochmal Ausdauer Und dann nochmal danach Konzentration Besser leben Mit Chemie Wow Ja ich glaube du kannst nicht schlafen Wenn ein Alarm aktiv ist Sagst du ja Weil draußen ist ja noch der Alarm aktiv I see Brumme weiß ich nicht Musst du einfach mal bei mir In der Playlist gucken Silberring in DS1 Der steht dann irgendwo im Titel Und da siehst du dann Wo du den findest Ich weiß halt nicht mehr auswendig Sorry Das ist halt zu lange her Alter Alter Hat ja gar nicht lange gedauert Lass mich hier rein Mach zu Mach zu den Bums Äh ne Nicht den Nein Seid ihr dumm Au Was ist denn jetzt gefallen Was ist denn hier los? Nein Was kürzt du? Kann ich hier nicht abschließen? Kann ich hier nicht abschließen? Nein Scheiße ist die Antwort Nein Ach Geht mit euch auf den Deckel Oh scheiße Oh scheiße Was ist denn hier los? Kommen die alle her? Kommen die mit dem Bus? Muss mal weg hier Scheiße Ist hier ein Loch Au Das Moppet Das Moppet Muss dann abkönnen Geh weg da Lass mich durch Ich muss mich überheilen Tschüss Uffe ey Alter Schwede ey What was happening? Wie geht's dir Kumpel? Wie gesagt man Es ging schon mal besser Hey Ich glaube es blutet nicht mehr Oh nein Tut doch noch Okay Hilfe ist unterwegs Halt einfach durch Soll ich dir dabei Gesellschaft leisten? Nein Oh scheiße Nein 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 Ich komme mir schon wie ein Weichhai vor Mir Alles gut Echt Ich komme später zur Krankenstation Und schaue nach dir Hey ich kenne den Laden Schön da Besser als hier draußen Ist mir Nee eigentlich Ja ich war da auch schon Äh Ärger den Dock nicht so sehr Ja Verstanden Dicken Ende Nein Der müsste eigentlich genau da gelegen haben Wo tatsächlich auch die Gameboy Advance Sachen gelegen haben Ich wundere mich halt wo der ist Ich habe keinem lassen Schimmer Wer jetzt in dem alten Schrank Wenn der noch da stehen würde Hätte ich auch sofort gewusst Wo ich nachgucken sollte Der war immer in der Schublade In der Bauchtasche Aber weder die Bauchtasche noch Der Schrank Noch Der Gameboy ist da Ah Wasserthorn Hier ist es Ja was weiß ich Irgendein Gameboy Bumps Frage mich jetzt Bitte nicht auf Auf die genaue Bezeichnung Des Gameboys Der nicht meiner war Fest Keine Ahnung Irgendwas Gameboy Technisches Was wir gefunden haben Irgendwas irgendwo Wo wir halt die Spiele halt eben Eingetradet hatten Wollte mal ganz kurz das Moped reparieren Dann kann ich nämlich einmal Noch mehr Schrott mit Lame Äh Was heißt Wünsche Also ich würde mich halt sehr Über so einen Great Run halt freuen Von From Software Sowas Neues von From Software Was wieder mehr in meine Richtung halt geht Also weg von der Sekiro Richtung eher halt in Dark Souls Wäre halt genau das Worauf ich mich halt freuen würde Ich hatte auch einen Brustbeutel Was hat mir denn deine Eltern damals mitgegeben Dass du dein Geld nicht verlierst Erst halt einen Brustbeutel Und dann eine Bauchtasche Weil Portemonnaie wird ja aus der Hosentasche Immer geklaut Also braucht man Brustbeutel Und Bauchtasche Ist doch wohl ganz logisch Okay hier ist einfach gar nichts drin Oh doch Da war ja was drin gewesen Äh Okay Wie kann man das hier nachbauen Genau Dann haben wir das nämlich einmal nachgebaut Und Seppi Danke für dein Follow Wie gefällt dir das Spiel Das hatte ja gemischte Reviews Aber ich muss sagen Dass es einen coolen Eindruck macht Und ich es gerne probieren würde Scheiß auf die Reviews Also Da will ich sogar noch Ein Podcast halt zu machen Das Spiel ist durch die Reviews Halt ein bisschen kaputt gemacht worden Ähm Ist ein tolles Open World Spiel Klar Es wiederholt sich an gewissen Stellen Aber du hast trotzdem immer halt Die Spannung Dass die Horden halt eben kommen könnten Und es sieht halt einfach Wirklich fantastisch halt aus Es ist halt ein verdammt großes Schönes Open World Spiel Wenn du natürlich Open World Spiele magst Mit Lootenleveln Und ein bisschen Action drin Ähm Das musst du halt mögen Wie gesagt Die Story Ähnlich wie in Red Dead Redemption Braucht halt locker ihre 20, 30 Stunden Wenn du halt Open World Gameplay spielst Nicht Story Main Oder durchrennst Brauchst du 20, 30 Stunden Dass die Story überhaupt erstmal anfängt Viele werden wahrscheinlich Vorher schon abgebrochen haben Vielleicht wie in Red Dead Redemption Und sagen Ja ist halt langweilig Weil nichts passiert Aber nach hinten raus Nimmst deutlich mehr Fahrt auf Und wie gesagt Ich spiel's auf 4K HDR Auf dem 4K HDR Monitor Und wie gesagt Alleine die Farben Und die Konturen Und Kontraste Es ist halt einfach Für mich halt Schöner als Red Dead Redemption 2 Hä? Hier ist auch nochmal ein Nero-Ding? Jetzt bin ich probiert Was? Oh Tatsächlich Lul Wo denn? Muss ja da unten dann sein Seh ich jetzt gerade erst Äh Hab ich jetzt hier auf der Minimap gesehen Da seht ihr da ein X halt Wäre ich nämlich fast jetzt dran vorbeigegangen Wo ist ein Titel? Also eigentlich genau hier Unter mir dann Aber wie komm ich hier runter? Und wenn ich Ah ja da Naja wobei Gibt es das typisch Deutsche noch? Mit Socken und Sandalen? Ich weiß es nicht Was ist hier drunter? Noch ein Nero Riccardo Das ist hier Ein Nero in Rector Wir sammeln Daten an Positionen 812 Eine Brücke am Highway 97 Seit wir den Bewege Aufwachen Vor drei Tagen Das letzte Mal gecheckt haben Sind weitere 8000 Tomos Ab ins Mutans-Turba durchgekommen Das ist mal eine Horde Wissen Sie wie viele Leute Vor dem Vorfall in Kalifornien gelebt haben Corporal? Keine Ahnung Ähm Warte nochmal ganz kurz No Nehmen wir nun an Dass 50% davon gestorben sind Entweder durch den Virus Oder hinterher durch sich selbst Oder aufmerksame Mitmenschen Bleiben immer noch Plus minus 20 Millionen Homo Sapiens Mutans Worauf wollen Sie hinaus? Was meinen Sie? Worauf ich hinaus will Ist dass 10.000 Ein Tropfen Auf den heißen Stein sind Bevor das hier vorbei ist Werden noch Zehntausende Hunderttausende Millionen Infizierter Diesen Highway Entlang kommen Wie ein wütender Mob Kannibalistischer Pinguine Die einer Blutspur Zum Meer folgen Sir Schon gut Corporal Stellen Sie den Bewegungssensor Auf null Und dann nicht Sie weg hier Ich sag mal nichts Gegen weißen Tennissock Und kurze Hose Also bitte Bitte Nur sind die jetzt Hungriger Und Weniger wählerisch Beim Essen Alter Schwede Nein Snow Was ich sagen wollte Ich weiß nicht Wo ich das gelesen habe Weil es für mich Nicht relevant war Habe ich es vergessen Schau mal bei Saturn Mediamarkt Oder Amazon Online Die bieten im Moment Days Gone Und God of War Zwei Spiele Zum Preis von Einen für 59 Euro Selbst wenn du das andere Spiel Schon hast oder nicht willst Kannst du eins eventuell Noch wieder verkaufen Und hast dann quasi Days Gone Für einen halben Preis Kann ich halt nur empfehlen Wenn ihr beide Spiele Oder eins davon halt haben wollt Das Bundle zu nehmen Und Dementsprechend Vielleicht ein bisschen zu sparen Ich weiß wie gar nicht Ob es Mediamarkt Saturn Oder Amazon war Das ist halt so ein Bundle-Angebot Ja Klappt direkt mit den Subs Mensch Ich sollte mehr Bein zeigen Willkommen zurück Gemachten Ohne Massage Dankeschön Für die Support-Manzeige Grüß man lieber Dankeschön Weil jetzt ja im Moment Diese Days of Play sind Von Sony Und da gibt es halt wohl Dieses gebundelte Angebot Ich weiß nicht Ob es auch im PSN halt gilt Weil jetzt zur E3 Kommen dann ja immer Diese nochmal Angebote halt raus Klar Wie gerade solche Tipps Gibt es halt hier bei uns halt immer Wir wollen ja alle quasi Oh Scheiße Ne Wir wollen nicht alle Oh Scheiße Wir wollen alle Geld sparen Und deswegen auch bei uns Im Discord gibt es ja immer wieder So Schnäppchen Weil wir wollen ja alle Natürlich unsere Games Halt irgendwie möglich Günstig Alter Gib mir mal hier Le Bolschenschussgerät Kann ich nochmal neue bauen Ja Ja mach mal Die machen halt so verdammt Viel Schaden Ne und tatsächlich also Ich kann nicht wirklich Ich will Negatives zu dem Spiel sagen Ja es ist manchmal Äh Ein bisschen Sag ich mal Clunky Wenn du jetzt einen schnellen Shooter Erwartest wie Far Cry Das wirst du halt mit dem Spiel Halt nicht bekommen Es ist eher wie The Last of Us In einer offenen Welt Ich weiß nicht Ob du Last of Us mochtest Wenn ja Wirst du hiermit Wahrscheinlich nicht viel falsch machen Wenn du Last of Us nicht mochtest Weil es dir vielleicht Zu Clunky war Jetzt brauch ich nur noch Weavers Zeug Dann Ist fraglich Ob dir das hier gefallen könnte Weil es erinnert Sehr stark an Last of Us Styropor Ich kann's riechen Ich muss in der Nähe sein Noch ein Nest Dann mal los Ach da war noch eins Naja das hab ich wieder Nicht richtig gesehen Ich dödel Warum Ich stell die her Und er rüstet sie nicht aus Das ist ein bisschen dumm Ahja das hab ich auch nicht gesehen Okay das war jetzt Glückstreffer Gut haben wir hier noch was Was ich nachbauen könnte Ja da haben wir Zeug Gut da komm ich nicht hoch Und Dino sei gegrüßt Last of Us ist mein absoluten Lieblingsspiel Dann bin ich genau richtig Gehe ich von aus Weil Last of Us habe ich auch gerne gespielt Und deswegen stört mich das hier auch nicht Also wie gesagt Ich gehe davon aus Wenn du dann Open World Spiele magst Dann bist du hier auch genau richtig Dann wirst du nicht viel falsch machen können Und tatsächlich Da möchte ich halt nochmal einen Podcast zu machen Ich finde das Spiel ist einfach nicht fair bewertet worden Ich Ja wartet auf den Podcast Weil das wird dann ein etwas längerer Rant Wie hat einige Seiten Haben es halt sag ich mal realistisch bewertet Aber andere Es waren Seiten dabei Die halt teilweise 60 gegeben haben Und nie im Leben ist das Spiel In irgendeiner Welt eine 60 Also never ever Verdammte Schreier Verdammte Schreier Ja Ja Haben etliche auch gegeben Und dann ist es halt echt nicht Nein 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 da ist das Netz Ne Und es brennt Und Treeworker Dir natürlich auch Danke für dein Follow Leer So Craften wir das erstmal nochmal nach Absolut Genau darum soll der Podcast halt auch gehen Dass mittlerweile die Gamekritiken Nicht von allen Aber von einigen Einfach glaube ich Missbraucht werden Um halt Entweder negativen Hype Oder Hype zu generieren Oder Einfach Klicks zu generieren Das heißt Das heißt wenn natürlich Tausend Websites sagen Das Spiel ist gut Geht dein Review Unter tausend Reviews Natürlich unter Weil halt Alle das gleiche halt sagen Es ist gut Dementsprechend Keiner klickt bei dir drauf Schreibst du aber plötzlich Breath of the Wild Ist das schlechteste Spiel Der Generation Spricht jeder drüber Das heißt der Gerade der Online Journalismus Der halt durch Werbung Und Klicks finanziert wird Ist davon natürlich abhängig Dass der Klicks generiert Und wie kannst du Klicks generieren? Provokation Kontroverse Und Du machst es quasi Aber auf dem Rücken Von Spielen Und das halt eben Leute vielleicht Dann das Spiel Deswegen nicht kaufen Das finde ich halt Dann sehr fragwürdig Weil du da quasi So ein bisschen Ja Fehlinformierst Um dich selbst Zu bereichern Das ist halt Quasi Gerade weil ich aus dem Redakteurswesen halt komme Moralisch halt schon Sehr sehr verwerflich Schauen wir uns mal um Und nah am Treeworker Und nochmal Dankeschön Ist ein wirklich gutes Spiel Nun ja Leider nicht für den PC Finde ich ein bisschen schade Ja gut Ist halt die Daseinsberechtigung Der Konsolen Treeworker Wenn es halt nicht wäre Wird halt glaube ich Niemand Oder kaum jemand Die Konsolen halt kaufen Der hat Ich kann nicht verstehen Aber ich als Gamer Sage halt Da ich so viel spiele Habe ich sämtliche Plattformen Damit ich halt spielen kann Klar kann ich auch verstehen Dass es sich das nicht Jeder leisten kann Ja oder sowas Captain Mayday Klar sowas gibt es auch Also wie gesagt Da findest du dann halt Die schwachsinnigsten Begründungen Für irgendwas Ich Das Ja Weiß nicht wo es hingehen soll Wow Jetzt wäre mir fast die Cola runtergefallen Ja vielleicht kann ich dich Ja für das eine oder andere Spiel Dann doch noch irgendwann begeistern Ätten Heißt ja nicht Dass es dann Ähm Halt eben Nicht dann doch mal Auf die Interessenliste halt kommt Auch wenn es nicht unbedingt Deins ist Wie gesagt Die nächsten Nintendo Spiele Die halt kommen Äh In Fire Emblem Möchte ich halt reinschauen Beziehungsweise In Astral Chain Von Platinum PS4 habe ich natürlich auch Also auch die Pro Nur wenn Die von meiner Damals Gaming PC Ich müsste den Gaming PC Glaube ich nicht Instant ersetzen Wohingegen Wenn meine Konsole kaputt gehen würde Würde ich Direkt bei Amazon bestellen Dass morgen Spätestens Übermorgen Eine neue da ist Weil es ist halt eben Meine Main Plattform Wo ich halt die meiste Zeit mit verbringe Ja klar Jetzt würde es sich auch Nicht mehr glaube ich Wirklich lohnen Three Worker Jetzt wo die neue kommt Da würde ich dann Ehr auf die 5 warten Und äh Die ja abwärtskompatibel ist Und dann kannst du halt Mit der halt zocken Und der Snow Danke nochmal Für die sehr freundliche Antwort Dein Enthiosasmus Für Spiele Ist eine faszinierend Und macht einfach nur Spaß Wenn du sagen würdest Bei welchem Spiel Du mehr Spaß hattest Days Gone Und Horizon Zero Dawn Welches wäre es Liebe Grüße Oh das ist schwierig Snow Erstmal sage ich Dankeschön für den 5 Und die Unterstützung Und schön dass ich Ein bisschen mit meiner Begeisterung für Games Die halt wirklich da ist Euch noch ein bisschen Anstecken kann Das freut mich Ist ein schönes Kompliment Danke dir Ähm Ist schwierig Weil sie halt Grundverschieden sind Ich versuche das auch Zu erklären Horizon Zero Dawn Hat eine ziemlich coole Story Aber ist vom Kern Wenn du das so willst Ein Action Adventure Das heißt Es spielt sich halt sehr schnell Du zerlegst halt quasi Die ganzen Maschinen Und es ist deutlich mehr Action Days Gone wiederum Geht eher so von der Stimmung und Atmosphäre Was auch jetzt eine Story hat Die anzieht Eher so in Survival Was man eher so aus Survival Crafting kennt Wie zum Beispiel Seven Days to Die Das heißt Die Grundstimmung Ist sehr düster Du lebt Du lebst vom Hand Du lebst vom Hand in den Mund Und hast nicht so viele Ressourcen Eine permanent stärkere Bedrohung Das heißt du überlevelst Nicht so schnell Wie in Horizon Zero Dawn Das hatte ich auf dem Schwierigkeitsgrad normal Empfehlung Wenn du es vielleicht spielst Spiel nicht normal Sondern vielleicht eine Stufe Schwieriger Weil du sehr schnell Überlevelt bist Und dann alles sehr einfach wird Und das hast du hier halt nicht Auf normal schon nicht Also wir spielen nicht Bumm schwer oder so Sondern normal Im Stream spiele ich immer normal Das eine würde ich sagen Ist eher so ein Feel-Good-Action-Hau-Drauf-Spiel Was es sehr gut macht Horizon Zero Dawn Sieht auch auf HDR fantastisch aus Und das ist eher so Ja so ein So ein bedrücktes Atmosphäre-Spiel Was dir halt permanent Einen in die Magengrube halt gibt Weil es halt von nichts Tabu macht Und eben auch sehr brutal ist Deswegen ist es schwer Die zu vergleichen Ich sag mal Jedes für seine Stimmung Ist halt ein tolles Spiel Äh Da komm ich nicht hoch Okay Wo soll denn jetzt Der Schleropor sein Woflu Also von daher Ich hoffe ich muss mich Nicht entscheiden Weil beides sehr gute Spiele sind Und wie halt Auf dem Horizon Zero Dawn Würde ich mich genauso freuen Ähm Wie vielleicht nochmal Irgendwann dann eine Fortsetzung hier Von Sommenschwil Da ist welches Alter das sieht man hier halt Kaum weil es gerade so hell ist Fast genug Noch etwas mehr Okay Ja nächsten Dienstag Ist ein Nintendo Direkt Genau Äh da werden wir vielleicht dann auch Was zu den Titeln halt hören Ganz genau Wobei tatsächlich Fire Emblem Hat jetzt ja schon Release Date Also da brauche ich gar nicht mehr So viel Genauso wie Astral Chain Das hat ja auch schon Release Date Von Platinum Also das Tatsächlich Was mich halt mehr interessiert An solchen Messen Sind Dinge Die halt eben noch Nicht wirklich fix angekündigt sind Also das heißt So Release Dates Für Biomutant Wo ich mich sehr drauf freue Rebel Galaxy Outlaw Ähm Beziehungsweise Outer Worlds Dass sie da halt irgendwo Jetzt mal die Release Dates droppen Und nicht halt schon Zu was Bekannten Wo halt schon bekannt ist Ja das kommt sowieso In zwei Monaten Das weiß ich ja schon Das sollte reichen Ich markiere es auf der Karte Dann können Kuris Männer Den Rest holen Äh Tatsächlich war Zelda Sogar bei mir nicht Äh Game of the Year Mayerson Tatsächlich nur Platz 2 Rate mal was Platz 1 war Und nein Es war nicht äh Horizon Zero Dawn Mal nichts wie weg hier Bevor eine Horde hier vorbeikommt Und Serious Sam Dir natürlich auch Danke für deinen Follow Und Brumme Komm gut ins Bett Schlaf gut mein Lieber Und wie gedacht Wo eine Tür zu geht Geht irgendwo eine andere auf Positiv denken Mund abputzen Weitermachen Nicht vergessen Ich weiß es Ja das wie wie es weiß Weiß ich Lumbo du bist raus Weil das ist das falsche Jahr Oh Mann Oh Virgil Sehr gut 100 Gummipunkte für Virgil Absolut richtig Tatsächlich bei mir Tatsächlich bei mir hat Das Jahr Xenoblade Chronicles 2 gewonnen Das fand ich tatsächlich sogar Noch besser Muss ich ganz ehrlich sagen Also Xenoblade war Platz 1 Äh Platz 2 war dann Breath of the Wild Und ich glaube Was war Platz 3 Das weiß ich gar nicht mehr Das müsste ich nachschauen War 3 nicht sogar Persona Oder war 4 Persona bei mir Wir machen halt Warum ich bei mir sage Wir machen halt am Jahresende Immer die sogenannten Moppet Awards Wo wir halt tatsächlich Dann halt die Games küren Die wir in diesem Jahr Gespielt haben Die auch in diesem Jahr Rausgekommen sind Weil ich spiele halt Sehr viele Neuerscheinungen Natürlich spiele ich auch Ältere Games Vom Pile of Shame Aber natürlich Neuerscheinungen Sind auch interessant Und die da halt eben rauskommen Die nominieren wir dann Und dann werden die halt Eingerankt Prey war auf Platz 2 Interessant Dass man die echt nur Mit Schusswaffen Vom Moppet machen kann Die sind so hartvernervig Mann, Mann, Mann Ja, aber Prey war Fand ich zum Beispiel Auch ziemlich geil Wobei ich mich jetzt Nicht daran erinnert hätte Dass ich es auf die 2 Gesetzt habe Aber okay Ja, wie gesagt Als ich gespielt habe Fand ich die Atmosphäre Ziemlich geil Ich mag halt so Science-Fiction grundsätzlich Ich hab jetzt wie gesagt Auch auf Netflix Lost in Space nachgeholt Die Serie Und gerade schaue ich Night Flyers Was ich ja gerade schon Beim Stream Start Gesagt habe Night Flyers ist ja Form Oder nach einer Novelle Von George Aramartin Also dem Game of Thrones Schreiberling Und Night Flyers Ist schon ziemlich creepy Komisch Komisch, dass du das DLC Nicht gezockt hast Weil ich das Basisspiel So gut fand Weil ich im Basisspiel So eine lange Zeit Reingesteckt habe Weil ich eine sehr Emotionale Bindung Zu dem Hauptspiel Hatte Etten Und Zum einen Emotional Nicht bereit war Was anderes zu machen Oder mich auf was Neues Einzulassen Und Ich gerade nicht die Zeit Dafür hatte Das heißt Xenoblade war zur richtigen Zeit Am richtigen Ort Und hat halt sehr viel Gefühle halt ausgelöst Und es war ein tolles Spiel Xenoblade 3 Wenn es dann kommt Also wie gesagt Ich bin halt nicht so Der DLC Mensch Muss ich sagen Ich habe das DLC Bei Vivi gesehen Also bei das Envy Und Ja War okay Aber es hat halt In mir ad hoc Nicht dasselbe ausgelöst Wie Xenoblade Chronicles 2 Keine Ahnung Also von daher Ich mochte halt Die Konstellation Tatsächlich so wie sie ja war Von Rex und Pyra Mythera Die fand ich halt mega Und wie gesagt Keine Ahnung Das war halt Ein sehr tolles Spiel Ne Black Mirror Habe ich noch nicht gesehen Plague Tale haben wir gespielt Plague Tale war super Was das erste Halbjahr schwach Ja gut Etten hat Gut Etten hat einen Komplett anderen Spielegeschmack Das mag dann sein Ja Also tatsächlich Das erste Halbe Jahr Fand ich jetzt eigentlich Schon sehr sehr gut Und ich bin gespannt Was halt alles noch kommt Alter Schwede Vivi Der Etten ist ja noch mehr Nintendo Als du Nintendo bist Mach mal was Ich mein Ich arbeite ja schon immer dran Vivi ein bisschen Zu Nintendofizieren Was auch andere Gute Spiele machen Aber Etten ist ja Noch mehr als Vivi Er ist ja Verdächtig Verdammt Ne ich bin falsch abgebogen Achso Ich brauch keine CD-Ansetzungen mehr Okay Nevermind Nevermind Ja Hab ich ja auch Weil ich spiele ja Dementsprechend auch Nintendo Sachen Die ich vorher nicht Gespielt habe Genau Tatsächlich Das ist vielleicht auch das Was halt Dope Mal machen sollte Weil Dope Meinte tatsächlich Ihm huckt halt Ihm huckt halt im Moment Nichts mehr Tatsächlich 100% 100% eingesammelt Aber wir haben Alle Level halt Durchgespielt Und es hat mir halt Spaß gemacht Einfach dann halt Mal was anderes Ausprobieren Könnt ihr mich eigentlich Beim Tanken Wahrscheinlich Mein Gott ist jetzt hier Ruhe im Puff Ich will doch nur Ach du Scheiß Ich wollte doch nur tanken Neulich an der Aral-Tankstelle Scheiße Nachladen Nein Eine Sekunde zu spät Mach ihn fertig Bring den Scheißkerl um Uff War dein Stress hier Willst nur einmal tanken gehen Also hier der halbe Drifter-Clan an der Wacke Oh Ruhe im Puff Ah So Ich mag Assassin's Creed Ja Assassin's Creed Haben wir doch auch Ausführlich gespielt Ette Da will ich die DLCs Noch irgendwann spielen Ist das dritte Atlantis DLC Eigentlich mittlerweile draußen Weiß das jemand Weil Dann könnte man Das auch irgendwann mal anfangen Weil ich will halt Quasi die beiden Also die beiden Dreier DLCs Die sind ja Quasi gedrittelt worden Sind ja sechs DLCs Um genau zu sein Würde ich halt gerne In einem Rutschland spielen Ist es Oh das ist nice Danke für die Info Dann kann ich mir das auch mal Als Gedankengut Auf die Kameranammer Spielenliste machen Wir hatten bisher Sick Hero Ja Einmal spielen 95 Stunden Dafür war es extrem gut Darüber hinaus Reden wir mal nicht drüber Devil May Cry 5 War ganz ehrlich gesagt Nicht so meins Da hat mir wie gesagt Bayonetta Deutlich besser gefallen Days Gone Spiel war gerade Finde ich mega Resident Evil 2 Remake Fand ich mega Ähm Nur mal die großen zu nennen Dann kommt schon Stake Tale War auch sehr gut Forager Hab ich halt nicht gespielt Zenki Zero Okay Nische Das habe ich auch nicht gespielt Tales of Asperia Remaster Jump Force Far Cry New Dawn War auch sehr nice Borderlands Remaster God Eater 3 God Eater 3 War auch nicht schlecht Ähm Das stimmt Also es waren schon einige Spiele Und tatsächlich sehr abwechslungsreich Und wenn man mal die Genres durchgeht Müsste eigentlich auch für jeden was dabei gewesen sein Äh Das sieht nicht allzu übel aus Weil Äh Ist glaube ich alles Angefangen von Beat'em up Über Äh JRPG Über Open World Shooter Looten Leveln Grinding Ja Untap Haben wir sogar noch Was haben wir vergessen Ja Äh Äh Die letzte News Die ich jetzt zu Anthem gelesen habe Nein es waren sogar zwei News Die ich zu Anthem gelesen habe Ich weiß nicht warum ich irgendwie nie positive News zu Anthem lese Was ist denn mit Anthem los Das erste war das jetzt tatsächlich dieser Cataclysm Der ja dann doch irgendwie viel später kam Als sie ihn angekündigt haben Rausgekommen ist Aber wohl Lange Rede kurzer Sinn Äh Der Cataclysm Als coole Erweiterung Event Wo ziemlich ranzig sein soll Also man umsonst gewartet hat Und das nach Äh Release des Cataclysm EA Wohl Sämtliche Termine Und Daten Die sie wohl vorher auf der Website hatten Wie Anthem weiterentwickelt werden soll Einfach gelöscht hat Also das heißt Wie geht's mit Anthem weiter Steht wohl jetzt auf der EA Seite Terminlich einfach gar nichts mehr Also das äh Nun Ja Also das war so die zwei News Die ich gelesen habe zu Anthem Auf Stimmen keine Ahnung Wie hat's ja nicht weitergespielt Mir hat noch keiner gesagt Dass die Quest weg ist Ergo kann ich noch nicht weiterspielen Kingdom Hearts 3 Stimmt Das haben wir auch noch Äh Noch nicht genannt Virgil Phoenix Wright Möchte ich auch irgendwann Mal reingucken Tatsächlich Virgil Das ist auch so ein Titel Für vielleicht mal irgendwann Sale bei mir gewesen Und äh Kingdom Hearts Muss ich sagen Ich fand die ersten Zwei Drittel gut Wo du halt in die Welten gehst Und in die Welten Oder in den Welten halt Die verschiedenen Disney Themen hast Fand ich mega Obwohl ich kein Disney Fan bin Hat mich super unterhalten Als die Welten vorbei waren Und plötzlich dieser komische Mach mich grad unbeliebt Story Mumpitz losging Ab da war das Spiel halt für mich durch Also wie hat so im Großen und Ganzen War jetzt Kingdom Hearts nicht schlecht Aber es hätte auch für mich halt besser sein können Na ja gut Es kommt eben drauf an Wie wie aus welcher Aus welchem Blick Wenn man das betrachtet Also tatsächlich Wenn du jetzt sagst Ich äh Das würde ich unterschreiben Ich bin Nintendo Switch Main Spieler Und spiele halt sehr gerne Sämtliche Nintendo Spiele Die halt rauskommen Muss ich sagen Ist dieses Jahr von Nintendo Bis jetzt schwach gewesen Weil halt für mich auch Auf der Nintendo Switch Nichts gekommen ist Was mich interessiert hätte Also Das würde ich vielleicht Schon noch nachvollziehen können Weil tatsächlich Das was jetzt halt eben kommt Kommt ja erst Toller Satz ne Das was erst kommt Kommt erst Es ist illegal Weil es verboten ist Manche Sätze sind schon klug Die man so von sich gibt Ähm Sprich Fire Emblem Beziehungsweise Astral Chain Bayonetta 3 Oder die Dinge Die halt eben noch Alle auf der Switch halt eben kommen Dieses Jahr Sondern jetzt ja auch noch Massig neue auf der E3 Halt interdirekt angekündigt werden Ich glaube 21 Titel sollen es sein Äh Also dementsprechend Da ist ja dann auch Noch was was wohlkommend Ich hab's gerade gesehen Und jetzt seh ich's nicht Da war doch gerade eine Lupe Hä Wo ist die Lupe hin? Ach da hinten Da? Ah Funktionierendes Bike In der Nähe benötigt Achso Ja sag das doch Sag das doch Ja da bin ich halt Leider nicht genug Im Nintendo Game drin Ätten Als dass ich das beurteilen könnte Ob das schon immer so war Mit dem alles kommt Im zweiten Halbjahr Für halt Sommer und Weihnachtsgeschäft Das müsste Vivi beurteilen In den Sommer hinein Und wie gesagt dann hast du halt September Bis halt November Ganz selten dann vielleicht noch mal Ganz kurz vor Weihnachten Im Dezember Das würde ich gerne noch mitnehmen Äh ja Pokemon Ja Pokemon das neue werden wir uns anschauen Also Sword and Board Da weil ich noch nie ein Pokemon gespielt hab Da schauen wir rein Tatsächlich Reinschauen möchte ich auch In Digimon Survive Der Trailer ist halt mega awesome Ich hab auch noch nie ein Digimon gespielt Aber der Trailer Der hat mich Extrem gecatcht Weil die Musik halt so cool war Und ähm Also ich verschließ mich davor halt nicht Ich muss mich halt nur irgendwo hooken Und dann spiele ich dort Äh tatsächlich wollte ich sogar Ne News posten Aber dann hab ich gesehen Dass du die bei dir schon gepostet hattest Im Discord Mit dem neuen Dev Diary Weil die hatte ich auch gesehen Hatte bei mir geguckt Da hatte sie keiner gepostet Ah Guck mal Ich kann Kann Vivi halt nochmal Neuigkeiten über Ja okay Sie hatte schon in ihrem Discord gepostet gehabt Da hab ich's dann Gelassen Und glücklich sei gerüst Ey Sag mal Spiel Willst du mich trollen? Da war doch grad ein Fragezeichen verflucht Nope Falsche Richtung Ähm Irgendwas haut hier gerade glaube ich nicht hin Also hier vibriert man Jetzt seh ich's wieder Da Was haben wir hier Ich hab ihn gefunden Kein Zweifel Denken Sie daran Ich will Ihnen leben Ja Sir Ich kann grad nicht Dankeschön Für Resort Verlust du Arschloch Verdammt Nein Corporal Hör 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 Sie mir zu Ich hab Nicht getan Verstanden Alter ich Gaff mir nicht Stopp Die Ich bin ja der Weltbeste Autobahrer Verdammter Bastard Verdammter Bastard Alter Wie ramme ich denn? Da ist der Schwede Wo ist er denn hin? Immer ne Heilung Dankeschön Einfach mal vor dem LKW geschubst Upsi Danke für den Host Danke für sieben Monate Hattest du nicht grad schon gedrückt? Thanks again Was hast du Du Mieses Arschloch Nein Nein Okay Was zum Fadenflucht ist das eine Aber Man muss ja auch noch zwei Leute umbringen Lass mich Bitte Lass mich gehen Ich Ich sag dir Wo Wo das Zeug ist Ich schwör's Tut mir leid Kumpel Sag's dem Colonel Alter dieses Mopedfahren Und Panikpille Dankeschön für 26 Sei grüß mein Lieber Schönen guten Abend Colonel Ich hab ihn Lebend Übertrage Koordinaten Die Die Freaks Corporal Gut Ich schicke eine Patrouille Machen Sie Meldung Garrett Ende Das war teuer Naja Aber da können wir erstmal unser Bike reparieren Weil da liegt nochmal Zeug Sieben Prozent Oha Das sollte klappen Naja gut Haben wir ja geskillt Dass es ein bisschen billiger wird Äh Hier haben wir noch Zeug Danke Gut ins Bett Und nochmal Dankeschön Herr Otto Hans Und sage ich wie es Panikpille Äh Ja wo waren wir jetzt bei der Action stehen geblieben Hab ich vergessen Ähm Keine Ahnung Wo waren wir stehen geblieben Haben wir irgendwie über Spiele geredet Ja Muss hucken Wenn es huckt Funktioniert Äh Wenn es nicht huckt Funktioniert es halt nicht Ähm Tatsächlich Weil Redcap Einfach so Halbes Jahr Sechs Monate Redcap Sei gegrüßt Und Dankeschön Für den Support Und Dankeschön Und schönen guten Abend gewünscht Natürlich Ähm Dann haben wir früher mal gemacht Mit dem Dass ich dann Spiele weitergespielt habe Aus diesem Ehrgeiz Ich muss oder sollte es beenden Weil es ja vielleicht ein paar von euch Nicht bös gemeint gefällt Aber das funktioniert halt nicht Wenn mich das Spiel halt nicht huckt Gerade was halt eben gesagt wurde Ähm Von Snow Äh Dass ich halt eine gewisse Begeisterung halt mitbringe Das funktioniert aber nur Wenn mich das Spiel auch wirklich begeistert Und Wir hatten halt in der Vergangenheit Spiele Wo mich das halt eben nicht begeistert hat Und ich sie dann trotzdem halt weitergespielt habe Wie zum Beispiel Final Fantasy 15 oder so Ne Stattdessen Wenn es Wir testen es an Ich probiere alles gerne aus Aber wenn es halt nicht funktioniert Dann machen wir es halt wie Bei Weiß ich nicht Dishonored oder Deus Ex Oder meinetwegen auch Rage 2 Da gucken wir uns dann das Ding halt an Und dann sage ich halt Ja ist halt Ganz nett Aber ist halt leider nicht meins So und jetzt können wir einmal zurückfahren Dann können wir da einmal Huftanke Weil sonst haben wir auch nichts auf Da kommen wir wie gesagt noch nicht rein Und das ist das letzte Was wir da oben noch haben Äh Red Dead Ja wobei Hat nicht funktioniert Kann man so nicht sagen Schätz mal wie lange Wir es gestreamt haben Ätten Wir haben es ja nicht kurz gestreamt Ist ja nicht so dass es nur ein Stream war Schätz mal wie lange Das hat mich auch gewundert Das doppelte Ätten Ohne Scheiß Wir haben es 40 Stunden gestreamt Und nach 40 Stunden habe ich dann halt gesagt Ne Ich werde damit nicht warm Also ist ja nicht so dass ich dem Spiel noch nicht mal eine Chance gegeben habe Und es war ja am Anfang auch nicht kacke Oder es ist ja auch nicht kacke Aber es ist halt so Für mich entschleunigt Ähm Dass halt eben Kein Spaß aufkommt Dann kommt halt noch dazu Dass es halt komplett Englisch ist Ich halt nicht nur mal mit dem Ohr zuhören kann Und mit einem Ohr hier den Chat lese Ich muss mich halt sehr darauf konzentrieren Ähm Ja das ist halt Fürs Stream war es halt nix Äh Ne da ist der Mike So ging es mir bei Monster Hunter World Sollte mit anderen zusammenspielen Ging bei mir gar nicht Das hat mich tatsächlich gecatcht Treeworker War auch mein erstes Muss ich sagen Und Monster Hunter World Hat mir sehr viel Spaß gemacht Und da habe ich tatsächlich auch Willi halt drüber kennengelernt Mehr oder minder Also das Envy Also meine Freundin Sergeant Was macht das Leben Okay Ja Und ne Also von daher Kann ich mich bei Monster Hunter nicht beklagen Auch wenn es mir sehr gut gefallen hat Weiß ich nicht Ob ich das DLC spiele Das müssen wir mal schauen Wie es zeitlich halt passt Ende des Jahres Ähm Tatsächlich wurde ja auch gesagt Es soll Das DLC Ohne das Hauptspiel Spielbar sein Ich weiß nicht Wie das funktionieren soll Da bin ich mal gespannt drauf Also von daher Äh Ja mal schauen Ich will nicht Nein sagen Genau wie ich bei Äh Xenoblade dem DLC Also Xenoblade Chronicles 2 Dem DLC Äh Nicht gesagt habe Nie Sage ich aber auch da Ich weiß nicht Ob ich sofort spiele Freundin Das ist sowas weibliches Ja mit Mit schicken Brüsten Libertin Was Schon so Achso Kein Job Achso Ich muss den da oben wieder abgeben Lull Und super Fluffy Sei gegrüßt Na gut Dann müssen wir wieder nach oben fahren Der sitzt ja wieder da oben In seinem Komischen Biegen Nee doch nicht Ja eben ne Lull Find ich auch Kann man Kann man Kann man Wieder arbeiten Achso warte mal Ich mach mal eben ganz kurz Nochmal Ein Verband Das sieht alles gut aus Okay Let's go Story time Okay Hey Ich hab die Sachen Die sie haben wollten Oh gut gut Stell sie da hinten hin Gib mir was davon Okay Sehr gut Und wie läuft es so mit Lieutenant Whittaker Wie meinen sie das Ich seh dich kommen und gehen Mann Du machst ganz schön viel für sie Ja ich mach nur meinen Job Okay Mann Tja hab's mal bei ihr versucht Als ich hier neu war Ach wirklich Oh ja Kumpel Ich mein sie hat echt nen tollen Arsch Da steh ich drauf Ich konnte nicht anders Ja Und wie ist es gelaufen Nicht so gut Ich meine sie wart mich zu Boden Und wollte mir den Arm brechen Hör zu Du musst bei ihr echt aufpassen Sie hat Temperament Tja Ich werd's mir merken Äh Brauchen sie sonst noch was? Äh Nein Aber nimm die Und komm mit Oh Mann Sie hat nen tollen Arsch Ja nun Hat halt nen tollen Arsch Ist auch was feines Das sag ich auch nicht Nein Was? Ähm Ja hab ich vermutet So das Prime Genau aus dem Grund Hab ich mir zum Beispiel Das Switch Ding Monster Hunter Generation Ultimate Ich glaub das war's Nicht angeschaut Weil ich mochte halt tatsächlich Die ganzen Komfort Features Die halt Monster Hunter World Mit sich gebracht hat Und ich glaube Styropor ist ein aromatischer Kohlenwasserstoff Die älteren wären mir zu oldschoolig Deswegen hab ich gelassen Zungenbrecher Egal Wenn man das mischt Spalten sich die Molekülketten In einzelne kovalente Bindungen Ja Das weiß doch jeder Ja jetzt sagt er nix Jetzt hätte ich reden können Ne und deswegen hatte ich da ein bisschen Angst vor Wenn Monster Hunter World 2 rauskommt Mit den gleichen Komfort Features Würde ich spielen Die älteren Teile fasse ich nicht an Weil ich glaub da würde ich einfach zu viel vermissen Weil ich bin echt schon Mittlerweile ein bequemer Gamer Also das heißt Ich mag diese Komfort Features Die mittlerweile einfach überall In den Games halt drin sind Die es früher halt nicht gab Ja früher hat's mir auch so Spaß gemacht Ohne die Komfort Features Aber jetzt wo man weiß Dass es die gibt Ich mein nicht Wir fahren heute auch Autos Mit Navigation und Klimaanlage Natürlich kannst du auch eins fahren Weiß ich nicht Einen alten Käfer fährt auch Klar Aber wenn du das neue halt gewöhnt bist Dann würdest du Oder greife ich halt lieber Eher zu was neuerem Bequemerem Das mein Freund ist ein Napalm-Molotov Und damit werden wir den Krieg gewinnen Ich arbeite noch in der Formel Aber irgendwann ist das Zeug heißer Als ein Schweißbrenner Weißt du wie heiß das ist? Ja, kannst mir vorstellen Hab in der Werkstatt gearbeitet Sonst noch was? Ne Mann, alles gut So verdammt nah dran Kabum Fliegt in die Luft und brennt, Mann Wir reißen ihn in den Arsch auf Ja Molotov Kein Molotov-Cocktail Kein Rezept Was? Wieso? Warum? Aber neuer Fertigkeitenpunkt Okay, gucken wir mal Ist das nicht die? Sie haben es angelenkt Manche Töne, da darf kein anderer hingucken Ja, wobei die finde ich tatsächlich persönlich Muss ich sagen, etwas übertrieben Also einfach nur mal gucken Oder vielleicht ein Kompliment machen Ist doch völlig in Ordnung Ich meine, das ist doch Für diejenigen, die es bekommen hat Auch nochmal ein nettes Kompliment Und dementsprechend So lange, wie es nicht halt in Egal ob jetzt in weiblicher Oder männlicher Form Oder an wen es gerichtet ist In Richtung Sexismus Oder dauerhaften Angraben endet Ähm Finde ich das gar nicht mal so schlimm Äh Erhöre die Munition Ah, die Munition Kopfschluss Gehens zur Gesundheit Ja, Munition 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 Dankeschön Und das Vertrauen erhöht Ja, aber der Typ hatte trotzdem nichts Was ich hier kaufen konnte Oder? Ich gehe jetzt extra nochmal Bei dem Montor 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 gucken Da können wir mal Waffen gucken Ob es hier vielleicht nochmal Bessere Kniften gibt Ja Wie gesagt Etten, da sind wir glaube ich Dann auf der gleichen Wellenlänge Das sehe ich genauso Heutzutage sollten die Dinger Halt drin sein Die Comfort Features Natürlich gibt es dann immer Leute Die dann halt mit dem Totschlag Argument kommen Ja, gab es früher auch nicht Ja, sagte ich ja Gab auch früher keine Autos Mit Klimaanlage Und du hast einen Hitzekoller Im Auto bekommen Aber ob das jetzt cool war Seien wir dahingestellt Ja, und genau das ist Zum Beispiel der Kampf Primey ist tatsächlich auch das Was mir halt gefällt Ähm Und der war schon nicht sehr schnell Also noch langsamer Würde ich glaube ich Nicht ertragen Und Marshal Hefezhoff Sei gegrüßt Und Ebrosef Arena Eria Entschuldigung Sei gegrüßt Und Dankeschön für Cam Ja, gucken wir mal Was der hier hat Hey, ich hab dich hier noch nie gesehen Ich bin Jacob D'Angelo Alle nennen mich D St. John Deacon Äh Für Waffen kommt man also Zu dir So sieht's aus, Mann Brauchst du Waffen? Ich hab welche Wenn ich es nicht habe Dann wurde es nie gebaut Weißt du, was ich meine? Großartig Ich behalte es im Hinterkopf Mhm Also ihr seht ja hier den Vergleich Ist jetzt gegenüber der MWS Das heißt Das Ding sieht für mich aus Fast wie eine Schrotflinte Macht mehr Schaden Hat weniger Präzision Aber eine höhere Feuerrate Aber ein kleineres Magazin Und das sind tatsächlich Eher Äh Flinten Tommy Gun macht nochmal mehr Schaden Mhm 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 Gucken wir nochmal bei Handfeuerwaffen Ich hab nicht ewig Zeit Naja Schon Aber hey Würde ich sagen Nehmen wir mal mit Ne Der Schaden ist davon deutlich höher Ja keine Ahnung Ich würde sagen Wir nehmen mal hier die Tommy Gun mit Die macht halt eben nochmal Ein bisschen mehr Schaden Ein bisschen weniger Präzision Aber eine höhere Feuerrate Und ein größeres Magazin Also rüsten wir die einmal aus Du stehst nur auf deine Waffenrechte Stimmt's? Und dann nehmen wir einmal die hier mit Die scheint ja ein bisschen mehr Bums zu machen Hat ein bisschen weniger Ähm Präzision Aber eine höhere Feuer Äh Also ein höherer Schaden Also von daher nehmen wir die einfach mal mit Das ist meine Knarre So Dann hab ich die auch ausgerüstet Die Spezialwaffe lasse ich Die Vorräte lassen wir auch einmal Und dann gucken wir nochmal zu dem Moppetmann Wir sehen uns Ja Dieses äh Dauernd an früher erinnern Kann einen schon ziemlich nerven Naja Das ist halt Was man glaube ich auf Twitch Oder überall mittlerweile So ein bisschen als White Knight Gehabe halt bezeichnet Dass man halt eben Sag ich mal Flaws Die es nach heutigen Standards Vielleicht gibt Dann einfach verteidigt Mit dir Früher war es ja auch so Früher war ja alles besser Das ist schwierig Er hat den absolut Nö der hat tatsächlich gar nichts Alles klar Corporal St. John Äh Deek Wir sehen uns Ja Tschüssi Alter haben wir jetzt hier knifft dranhängen Okay Vor allen Dingen Äh hatte ich ja jetzt letztens schon gesagt Vivi und ich hatten uns nochmal so ein Video angeguckt Wie 10 Ähm RPG Geheimtipps Die man halt vielleicht übersehen hat in der Zeit Und da waren halt sehr viele Pixel Art oder Sprite Games dabei Die halt Relativ gut gehalten sind Weil halt Pixel und Sprites nicht so schlecht altern Und da waren eben 1, 2 3D Polygon RPGs dabei Ey du kannst 3D Polygon Ey Das kannst du halt halt einfach nicht mehr spielen Ey guck dir einfach mal Den 3D Teil von Legend of Carrandean Oder das 3D Ding von Monkey Island Oder von Simon the Sorcerer 3D Das kannst du dir ja heute Also das sind jetzt keine RPGs Das sind ja Adventure Aber egal Nur um das mal zu unterstreichen Guckt euch mal das an Das kannst du dir heute nicht mehr geben Ey Das ist absolut schwierig Während du Monkey Island 1 und 2 Und Simon the Sorcerer 1 und 2 Und die alten Legend of Carrandean Die kannst du halt noch spielen Aber gerade 3D Alter ist halt so unglaublich Bums schlecht Ich hab jetzt den Chicago Chopper gekauft Oder? Tony? Ich mein ja ne Den hab ich gekauft Oder die Chicago Chopper Der? Was? Nichts auf den Tresen bitte Okay Es tut mir leid Es ist manchmal einfach wirklich frustrierend für mich Das wusste ich nicht Ja, gib mir noch einen Anforderungsschein Nein, weißt du was? Ich werde dir den hier nicht geben Was? Warum nicht? Weil ich dich diesmal begleite Gehen wir Und Stubi sei gegrüßt Na los Soldat Mal sehen, ob du mich halten kannst Ich hab die Frage gesehen Treeworker Ja, klar Wann warst du das letzte Mal draußen? Ich meine Draußen in der Außenwelt Hey Ich hab Sachen besorgt Wie alle anderen auch Aber es stimmt schon Es ist ne Weile her Der ganz einfache Grund, warum Weil der Oder die integrierte Soundkarte Kein SPDIF in hat Sie hat SPDIF out Allerdings gehe ich tatsächlich Von meinem Mischpult raus Wandel das tatsächlich nochmal auf SPDIF Also quasi analog wieder auf digital Weil ich den Ton digital irgendwo an einem digitalen Gerät haben will Und die Soundkarte hat kein SPDIF in Nur out Also da geht auch der Ton vom PC raus Ins Mischpult Also wird dann von SPDIF Digital analog gewandelt fürs Mischpult Aber ich krieg ihn halt nicht zurück Und deswegen brauchte ich halt eine Capture-Karte Die ein SPDIF in hat Und das hat sie halt leider nicht Das ist der Grund, warum ich da noch eine weitere Soundkarte halt verbaut habe Weil ich den Ton digital zurückführen wollte Ich glaube, ich fahre lieber bei dir mit Dann wären wir nicht voneinander getrennt Ja, ma'am Hör auf mit Hey Warst Warst du schon in der Arche? Äh, in den Höhlen hier Ja, es gab die große Besichtigungstour Mit dem Colonel persönlich Komm schon Selbst du musst ihm einiges zugutehalten Seine Vision Ich meine Wer versucht zu retten Ja, hab ich Chicago-Shopper Den hab ich jetzt so angenommen Okay Wow, wie nett Man sieht den weiblichen Touch Ach, genau Ich bin fast nie hier Die meisten Nächte verbringe ich auf der Liege im Labor Schau dir das an Ein nützliches Ding Das war ein Geschenk von Matt, als ich hier ankam Matt Der Colonel Ach, Mann, komm schon, Deacon Ist nur ne Waffe Ja Erst verschenken sie Waffen Und danach Penisringe Oder andere Ringe Die jetzt an ihren Fingern nicht mehr ist Okay Die hat doch gar nicht Also Da haben wir ja noch die Wette mit Moorelfe laufen Ob die jetzt was am Laufen hat oder nicht Als ich herkam Hatte die Miliz fast jeden Baum auf der Insel gefällt Ich bat Matt Den Colonel Den letzten zu verschonen Ach ja Und äh Warum hast du das getan? Erinnerst du dich an unser Wochenende? Hier an Kater Lane In unserer Hochzeit Und gerne Treeworker Schlaf gut Bis zum nächsten Mal Der Moorelfe hat gesagt Sie war halt Keusch Und ich hab gesagt Wenn die zwei Jahre Mit dem Gedanken gelebt hat Dass ihr Typ tot ist War sie nicht zwei Jahre enthaltsam Weil Er dachte ja, dass sie noch lebt Sie dachte aber nicht, dass er lebt Also andere Konstellationen Warum er nicht und sie vielleicht schon Nichts Nichts nur Schon gut Halt dich Halt dich fest Ich erinnere mich Östlich von hier gibt's ein Community College Beim Highway Kennst du das? Nee Ja, ja, äh Nehmen wir die Südbrücke Das geht schneller Sehr gerne Hey, äh Ich muss das fragen Dieses Dieses Zeug Ähm Die Hefe Und das Silikon Wozu ich das brauche? Die Waffe, an der ich arbeite Ist ein Virozid Ich will den Virus Der die Mutation auslöst Isolieren und zerstören Okay Ja eben Das meine ich halt Und keine Ahnung Also Wenn ich nach zwei Jahren, ja Wenn ich zwei Jahre In der Apokalypse Wo die Welt Am Arsch ist Jeder Tag Dein Tod sein könnte Und nach zwei Jahren Die Frau wieder sehe Und nicht instant Meine Zunge In die Pommesschale Schäcke Ohne Witz Irgendwas ist mit der Also dann kannst du mir Nicht erzählen Und das Das passiert nur Wenn ihre Gefühle Mittlerweile woanders sind Also never ever Kann ich dich was fragen Nach dieser Nacht Nach dieser Nacht in Farewell Was ist Ich mein Wie seid ihr entkommen Naja Das war echt ziemlich knapp Als die Cops weg waren Fingen die Leute Also die die noch lebten An Straßensperren zu bauen Und alle abzuknallen Irgendwie schafften wir es Zu diesem Flüchtlingslager Ach Wir dachten Du wartest auf uns Aber Wie gesagt Es war weg Und Den anderen Lagern Das gleiche Keine Überlebenden Alles Veran Also In nur einer einzigen Woche Wurde das Tal Zur Kriegszug Die Leute Töteten um An Essen zu kommen Und Manchmal töteten sie auch Völlig grundlos Hätten Buzar und ich Nicht zusammengehalten Wir hätten es nicht geschafft Warte Buzar Er lebt Wo ist er Was ist mit ihm passiert Ja er lebt Aber Er ist in einem Camp Im Norden Er kann nicht mehr fahren Weil er Einen Arm verloren hat Aber Er lebt Ich bin so froh Dass er lebt Es tut mir leid Ich hätte früher Nach ihm fragen sollen Es ist alles gut Okay Ich bin dran Hör zu Das Das klingt jetzt Vielleicht blöd Aber Dieser Abend In Farewell Mein Mongrels Ring Hast du ihn noch? Deacon Es tut mir leid Richtlinie des Kernels Sie Sie konfiszieren Deinen Schmuck Wenn du ins Camp einziehst Sie schmelzen Das Gold und Silber ein Für Weavers Projekt Oder was auch immer Deine Dose Ist meine Dose Es tut mir wirklich leid Nein Mach dir nichts Traus Keine Ahnung Ich hab nur laut gedacht Unwichtig Das ist dir natürlich Auch nie aufgefallen Dass der das am Finger hat Natürlich nicht Hier Ich glaube Das ist es Warst du schon mal hier? Einmal Bevor Du weißt schon Berufsinfo Ich sollte einen Vortrag Über aufregende Berufe In der Biochemie halten Gott Was? Gar nichts nur Ich hätte lieber darüber reden sollen Wie man den Weltuntergang überlebt Na los Glucklack hat schon recht Wir wissen ja nicht mehr Ob es seine Frau ist Oder ob es mittlerweile Die Frau von wem anders ist Das ist ja die Diskussion Also von daher ist die Frage Von Glucklack schon gerade Ein bisschen witzig Gerade nach der Diskussion Glucklack ist wieder auf Beuen Ufe Also ob es jetzt noch seine Frau ist Das wissen wir doch nicht Aber er hat hier Eine Frau gefunden Wir müssen nur noch klären An wessen Frau Ob jetzt seine Oder die von jemand anderem Schön Achso Jetzt sind wir bei dem Ah ja Story Also wahrscheinlich Jetzt wird geklärt Mietze Matze Der ja schon wieder spoilern wollte Warum wir da nicht reinkamen Ja jetzt kommen wir in der Story rein Also tatsächlich Mein Gamer Radar Lach absolut richtig Weil in das ganze Gebiet Kamen wir nicht rein Lach mein Gamer Radar Mit Hashtag später Ja nicht falsch So was soll ich tun Ich komm hier nicht rein Mach mal Ufe Äh was soll ich jetzt tun Scheiße jetzt hab ich nicht zugehört Ich glaub ich muss das Auto Da dran schieben oder Was nein vielleicht Scheiße was soll ich tun Ach da Bist du bereit Ja Geht's Ich hab's Hier Vorsicht Kopf Alles klar Oh Das war jetzt Glück Nein sie hat noch nichts dazu gesagt Glück lang Genau Meine Gamers Die sind halt schon geschult Und gestellt Erstmal alles mitnehmen Erstmal alles einsacken Aber geil ist Wenn du eine neue Waffe kaufst Kriegst du instant volle Munition By the way Finde ich voll super Achso Können wir direkt mal anbringen Ja da kann ich glaube ich Kein Schali mehr drauf anbringen Ah ja Jetzt kann ich hier tatsächlich Sogar nochmal mehr Munition benutzen Sehe ich gerade Ja das machen wir auch Würde ich sagen Können wir nämlich mehr looten Ja da sieht alles gut aus Gut Easy Ja Schalldämpfer auf der Flinte Na klar Hast du doch In hier Division Da kannst du auch hier Voll den Schalldämpfer auf Waschrotkniffte drauf machen Du bist auch gar nicht mehr Im Thema oder Mieze Matze Kaum spielt da mal Division Ich weiß ja nicht Dass man auf Schrotflinten Auch Schalldämpfer drauf machen kann Was ist nur mit Diesen Mieze Matze los Was hast du eigentlich Heute gespielt Mieze Ich hab's glaube ich gesehen Hab's vergessen Ah Observation Stimmt Spielen jetzt ja tatsächlich einige Ach verdammt Krabbler Was ist Ich will lieber kein Aufsehen erregen Wer weiß was da drin ist Wir wissen was drin ist Verdammte Krabbler Dann gib ihn außen rum Hier kommen wir nicht durch Nein Wer auch immer hier gelebt hat Hat alles ziemlich gut verrammelt Dann müssen wir uns mal umschauen Ja eben Bisschen mal Anti-Mainstream Ich versuch's mal Ich glaube ich Ich könnte das Achso Das ist auch der Grund warum ich mich dagegen entschieden hab Mieze Matze Ist halt tatsächlich mehr oder minder Noch klassisch walking simulator Also eher eine narrative erfahrung als tatsächlich irgendwas wirklich mit gameplay Ja du hast schon deine ein zwei rätselchen was mich halt dann mehr daran interessierte Also wäre das tatsächlich ein walking simulator irgendwo auf dem boden der welt gewesen wäre es für mich absolut uninteressant gewesen Was es für mich interessant gemacht hat war dass es sci-fi ist Ich mag halt sci-fi als Genre oder Setting halt Das hat es halt interessant gemacht Nicht mehr nicht weniger Aber ist halt nicht für mich Okay bereit? Schieben Okay Bist du bereit? Los geht's Oh scheiße Los zurück zurück Schlag Wir finden einen anderen Weg Nein warte warte mal Wir schaffen das Was? Wir schaffen das Wenn wir beide da rausgehen locken wir sie nur alle zueinander Also Warte mal kurz Was wenn Du da oben rauf steigst Und mir dann von da Deckung gibst Du übernimmst die Streuna Ich erledige den Rest Bist du ganz sicher? Ja 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 Ich mach das schon dauernd Du darfst nur nicht aufhören zu schießen Okay Deacon Wenn ich durch bin Machst du hier zu Okay Scheiße Alter ist die Die Dose ist irre Ich mach sie fertig Was macht sie? Nein Das machst du nicht Die Pullen einfach erstmal alles Leroy Tor Das ist scheiße Jäckerts Komm schon, ihr Dreckskerle! Uff. Was ist mit dir? Nee, und Cola-Kracher war ein Schulkollege. Der hat sich jede Pause für eine Mark Cola-Kracher geholt. Ich hatte mir damals immer für 80 Pfennig die kleinen Tüten Chips geholt in der Schule. Am Hausmeister-Kiosk. Ich war schon damals eher Team Chipse. 80 Pfennig, wie gesagt, so eine kleine Tüte Chips. Ich weiß nicht, wie viel Gramm die hatten. 80 Gramm oder so? Auf jeden Fall, ja. Ich hab mir halt immer eine Tüte Chips halt geholt für 80 Pfennig. Ja, komm weiter. Alles sauber. Und wenn's halt mal was sein soll, dann eher Richtung so saure Pommes, saure Gurken. Wir hatten keine Chance. Saure Gummibärchen, das ist eher, wenn ich mal so Weingummi esse, Richtung Haribo dann sowas. Ja, aber dann sind wir längst weg. Wohin jetzt? Äh, ich weiß nicht. Die haben hier alles verbarrikadiert. Sehen wir mal, ob irgendwo ein Loch in den Wänden ist zum Hochklettern. Okay, ich seh mich hier um. Hey, hier drüben, ein offenes Fenster. Äh, ich guck mich vielleicht nochmal ganz kurz um, aber hier ist ja sonst nix, glaub ich. Äh, mit dem neuen Lüfter absolut in Ordnung, Ironfall. Tatsächlich deutlich kühler, deutlich deutlich besser als mit der Preisgekrönten, besten Kühler des Jahres ausgezeichneten von AMD Ryzen empfohlenen Enamex Wasserkühlung, die dreimal kaputt gegangen ist. Ja, hab mich getrollt gefühlt. Aber ne, ähm, bis jetzt super. Und sei gegrüßt, Ironfall. Ja gut, die Hardware, äh, die Pumpe war defekt, die hab ich jetzt eingeschickt zur Enamex, aber die war ja wirklich jetzt, äh, das dritte Mal kaputt. Aber von daher, die war tatsächlich RIP. Die hat, äh, ich hoffe nicht, dass sie mir halt einen Ersatz zuschicken. Hab ich halt einen DIN A4 Brief hingeschrieben, alle, den ganzen Vorgang halt erklärt. Und hab halt gesagt, äh, ist meine dritte, bitte schicken sie mir jetzt nicht als Austausch eine vierte. Weil, dafür hab ich keine Zeit, Geld und Lust. Wenn's geht, schicken sie mir dafür ein äquivalentes Netzteil vom Wert oder, was weiß ich, ein Gehäuse. Irgendwann anderes, was ich vielleicht dann gebrauchen kann. Schicken sie mir das Ding natürlich jetzt zu, dann würd ich's halt direkt bei Ebay oder so reindonnern. Weil nochmal werd ich das Ding nicht einbauen. Bin mal gespannt, ob sie kulant sind. Ich suche was, dass ich runterwerfen kann. Oh, Scheuche! Mein Dicken! Scheuche, Scheuche, Scheuche! Verdammt! Such einfach was zum Hochklettern für mich! Bin dabei! Bin dabei! Oh, wirst du einen Vorgang! Echt? Ach, wirst du einen Vorgang! Herr, das wäre auch wirst du, was etwas krank. Bist du? Bist du? Das wäre... Ja. Du bist der Vorgang, wo du? moment erstmal hier die mopedze tot machen da kann sie offiziell nichts nachfüllen ja du kannst sie schon öffnen ohne dass sie kaputt geht und könnte es wahrscheinlich was nachfüllen aber das ist ja nicht der sinn und zweck einer fertigen komplett geschlossenen all-in-one-wasser kühlung wenn sie mir das jetzt erzählen wollen ich weiß nicht was du wolltest mich doch immer überreden wieder zur schule zu gehen jetzt hast es endlich geschafft hier diesmal gehe ich zuerst sie wünschen wie nach einem bombenangriff hier und das habe ich tatsächlich nicht ich habe tatsächlich eher das gegenteil ich habe ey scheiße das spiel sieht geil aus oder macht mir gerade bock das würde ich eigentlich gerne im stream zocken ich weiß nur nicht weil ich halt im stream zocken soll also das ist so eher mein problem ich weiß nicht ob ich einfach viel länger und mehr streamen muss oder so ich weiß es nicht wie hat ohne witz ich hätte extrem bock a kingdom kann man zu fangen ich habe skyrim angefangen und ab nach einer stunde ausgemacht und dachte mir scheiße das macht richtig bock also da würde ich auch gerne weiter spielen teso wie hat jetzt days gone code wayne und bestimmt noch wenn ich jetzt meine spiele liste durchgehe finde ich instant spiele die ich liebend gerne spielen und streamen wollen würde wo ich mich zurückhalte sie nicht privat zu spielen weil ich sie irgendwann im stream spielen will angefangen auch noch mal die alten batman teile also batman arkham asylum arkham city beziehungsweise was origins oder city keine ahnung die ersten beiden die halt von rocksteady waren habe ich nach spiderman jetzt auch noch mal extrem bock drauf bekommen ich weiß noch nicht was ich halt alles machen soll weil ich hier 14 streams an days gone sitze erweiterte stream seiten ja ich weiß es nicht gluck lag ich weiß es nicht irgendwas irgendwie ja ich würde gerne noch mal spielen ich habe sie damals auf der ps3 gespielt ironfall ich würde sie ja ich habe schon mal gespielt aber für mich ist halt noch mal ein spiel in einer schöneren version zu spielen halt quasi noch mein erlebnis weil ich mich einfach dann noch mal über die gesteigerte schönheit des spiels erfreuen kann last of us habe ich zum beispiel auf der ps3 gespielt dann noch mal auf der ps4 und es hat mir eben noch mal gefallen weil es eben noch mal schöner war also rein optisch ich mag halt eben auch dann dieses eye candy ja ich weiß jetzt kommt bestimmt der eine oder andere sagt ja warum spielst du dann nicht immer auf dem pc ja theoretisch schon aber ich mache es dann halt bei der konsole und wenn wahrscheinlich die ps5 remaster kommen werden wir einige spiele auch noch mal ps5 remaster spielen ich mag das halt keine ahnung warum ich kann mich dafür halt begeistern dass es dann halt eben noch mal schöner aussieht ein bisschen höher auflösend ist ein bisschen stabilere fps ich gucke mich ich komme schon die können ich gebe dir einen tipp du stehst unter der fuchtel geh einfach und verabschiede dich von der frau die ist glaube ich nicht gut für dich so sind also die freaks reingekommen da kann wohl jemand nicht einparken die luft ist rein mehr barrikaden und zwar überall check die gebäude ja bloodborne kann ich mir vorstellen wenn wirklich mein zweiter teil rauskommen sollte dass die teil 1 und 2 da nochmals bundle raushauen oder teil 1 noch mal remaster kann ich mir vorstellen also zumindest also nicht wirklich remaster er doch remaster nicht remaken kann aber ein bisschen halt remaster dass es halt stabiler ist kann ich mir ganz gut vorstellen ja man muss nicht alles können mietse matze tatsächlich eigene schwächen zugeben ist auch eine kunst man muss nicht alles können ist so das ist halt keine selbst überschätzung sondern eine gute selbsteinschätzung ich weiß was ich ganz gut kann und ich weiß was ich nicht so gut kann und da kann man daran arbeiten die stärken stärken die schwächen schwächen ich sehe das forschungsgebäude da drüben wir müssen einfach durch die barrikaden ich kann alles perfekt hier vor allen dingen angeben gratulation stimmt schon hat er damit bewiesen hey noch ein offenes fenster okay ja wir schieben mal das auto achso nee wir schieben nicht das auto wir schieben die frau hier ich heb dich wieder hoch aber diesmal finde ich schneller was wo du hochlettern kannst ja ganz genau ja das ist wirklich schade ironfall das stimmt das stimme ich dir absolut zu gut warte hey und versuch diesmal keine schwärme anzulocken ja na sicher klar ich würd's versuchen okay auto schade 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 ja ja komm schon komm schon ja oh nein 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 Moment, das ist Blut. Wo ist die denn hin? Alter, schreit der. Oh mein Gott. Es waren so viele. Es hörte nicht auf. Ich kann nicht... Alles gut, alles gut. Du bist okay. Hey, komm schon. Mir geht's gut. Komm, wir sind fast da. Genau, Crutalia. Also tatsächlich ein bisschen selbstreflektiert sein kann halt helfen, sich selbst halt eben zu verbessern und anderen nicht permanent auf den Sack zu gehen. Das stimmt schon. Hast du absolut recht mit der Aussage. Und er ist ja kein Action halt, Edel. Sei gegrüßt, by the way. Ja, sieht so aus, als hätten sie die Hütte von innen komplett dicht gemacht. Komm, es muss einen Weg reingeben. Unser Legend-Tail. Danke für deinen Follower natürlich. Schönen guten Abend dir. Ich weiß, ich weiß, aber... Die können alles gut. Gehen wir. Da liegt immer Blut. Hey, wo willst du hin? Da liegt Blut. Hey, ich komme schon. Ich glaube, das wird auch ein bisschen unfreiwillig komisch wirken, wenn er jetzt in die Szene halt reingeht, durchs Fenster springt und das erste Mal dann sagt, Yippie, jayee, Schweinebacke. Keine Ahnung. Die Tür da. Kriegen wir sie auf? Oh, bestimmt. Nein, sie ist von innen blockiert. Gehen wir mal außen rum. Es muss irgendwo reingehen. Ich sagte doch, irgendwer hat sie von innen blockiert. Ein Versuch war's wert. Interessant ist, dass wir jetzt die... Ah, wir sind noch gar nicht im Gebiet der Nester. Die Nester noch nicht gefunden haben. Warum gibt es kein Bruce Wille-Spiel? Du wirst lachen. Es gab ein Bruce Wille-Spiel auf dem Gameboy. Stirb langsam. Gab's auf dem Gameboy. Weiß ich nicht, weil sich, glaube ich, der Geschmack weiterentwickelt hat. Und es ist diese Art von Film mit dem absoluten Action-Chauvinismus, den es damals gab. Oder korrigiert mich, vielleicht gibt's den, aber die Filme gucke ich halt nicht mehr. Keine Ahnung. Früher gab's die halt sehr oft. Also so mit Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis. Ich weiß nicht, ob die heute auch noch so sind, wie sie damals waren. Mittlerweile gucke ich, muss ich sagen, tatsächlich, deswegen weiß ich nicht, ob die Aussage stimmt. Ich gucke tatsächlich solche Filme nicht mehr groß. Ja, gut, Transporter gab's dann auch, der war auch so ähnlich. Ja, wird's wahrscheinlich schon auch geben. Gucke ich nur nicht mehr. Verdammt nochmal. Hey, hey, schon okay. Fahrriegel wie alle anderen. Warte mal. Warte, warte mal eine Sekunde. Das sind... Das sind Krabbler. Sie sind da drin. Da sind Krabbler drin. Das heißt... Man kommt irgendwie über das Dach rein. Los, komm. Ja, hab ich noch nicht gesehen, Expandables. Ja, okay. Mission Impossible. Tom Cruise zählt vielleicht dann auch noch dazu. Ja, okay. Ich meine, erinnere dich einfach mal an die Top Gun-Szene, wo er einfach mal mit dem Flugzeug den Foto auf dem Kopf... Ach, du Scheiße. Ja, war damals lustig. Aber heute, wie ich schon sagte, wirkt das alles so ein bisschen trashig. Ja, wir müssen nur irgendwie da rauf. John Wick habe ich kürzlich erst gesehen, Codeling. Den fand ich sogar richtig nice, muss ich sagen. Deutlich besser als Atomic Blonde. Bei Atomic Blonde hätte ich eher gesagt, da hätte ich das so ein bisschen... Ah ja, fand. Bei John Wick fand ich das ganz cool. Da müssen wir noch den zweiten Teil gucken. Wann ist denn der dritte jetzt im Kino? Ist der schon im Kino? Müssen wir jetzt ins Kino? Ich weiß es nicht. Wir müssen erst mal Teil 2 gucken. Ist er? Ja, dann müssen wir Teil 2 gucken. unter dem Kino. Können wir ja... Weiß ich nicht, vielleicht... Freitagabend. Hilf mir beim Schieben. Damit kommen wir da hoch. Okay. Bist du bereit? Ja. Okay, schieben. Ich dachte so als Alternativplanung. Ist das weit genug? Ja, Moment. Na dann. Geht das? Ja. Okay, pass auf. Krabbler können ziemlich ungemütlich werden, wenn man sie stört. Ich wünschte mir, wir müssten die kleinen Scheißer nicht töten. Was meinst du? Sie erinnern mich an dieses Mädchen. In Färmheit. Das dich niedergestochen hat? Ich wusste doch nicht, was sie tat. Das wissen die alle. Wir sollten wieder in den Stuttgart. Das war der letzte. Okay, Kinder sind Two-Shots. Dir macht das Spaß. Was? Vorsicht. Langsam. Nee, du musst im gleichen Genre bleiben, Bubi. Also bitten, kannst du halt mit anderen Werbesserien vergleichen. Vielleicht dann mit Hamlock Grove. Das würde ich sogar da noch zulassen. Die sind nicht nur nervig, die stinken auch tierisch. Ja, lebe du mal zwei Jahre wie sie. Wer weiß, wie du riechen würdest. Nein, danke. Wo müssen wir hin? Die Türen. Hast du bitten jetzt wirklich durch? Du hast doch bitten doch nicht durch. Erzähl doch nicht. Wann guckst du denn immer? Achter Schwede. Die guckt ja Minimum genauso viel wie ich. Das ist ja schlimm. Gott, wir beide gucken Serien und spielen MMOs. Was ist aus der Welt geworden? Wir werden alle zugrunde gehen. Ey, ich kapier's nicht. Keine Einschusslöcher, keine Hinweise auf einen Angriff. Schierling. Heilige Scheiße. Hier drüben. Ist das die Zentrifuge, die du gesucht hast? Ja, das ist sie. Na los. Okay. Boah, kann mal jemand bitte den nackten Todi mal wegpacken? Ja, kack. Sei grüß, Todi. Und Garlix, du natürlich auch. Sei grüß, Nico. Oh, scheiße. Was ist los? Feuer frei! Ich hätte das Bike wohl besser verstecken sein. Okay. Dann mal los. Bleib hier und Kopf runter. Ja, weißt du, ich kann dir sagen, was da jetzt bestimmt gerade schon wieder passiert. Die Lärm gerade. Okay. Ich bin zuhör. Vorsicht. Oh. So, da kommt noch mehr. Ähm. Äh, äh, jetzt hab ich den Faden verloren. Wo hab ich gerade drüber gesprochen? Lass mich erstmal looten. Äh, da ist noch Loot. Da mach ich die Kamera an. Äh, nee. Weißt du, was garantiert passiert? Bibi lernt jetzt schon wieder die Wiki hier von dem MMO-Ding da auswendig. Und dann morgen, ja, hab ich doch gesagt. Das ist doch völlig easy. Absolut offensichtlich. Ja, klar. Ich wollte ja alles lese. Weil ich auch alles. Ja! So, hohen Puff. Ne, noch nicht ganz. Geile Aussage, weil ich in Code Vein mehr gerafft habe. In Klammern und das Geheimnis, sie hat's ja halt schon vor dem Stream gespielt, nach dem Stream. Und ich, völlig überfordert mit den fünf Zuschauer, die ich habe, macht das alles nur im Stream und bin dann wieder der letzte Plap. Ja, ich sollte auch mal wieder vor und nach meinem Stream spielen. Da habe ich dann auch Chokes immer zu verstehen. Und nicht nur einfach von nackten Tonys geteabackt zu werden. Ah! Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Wo ist eigentlich die Frau hin? Ach da, die trägt hier die Kanister. Die kehrt runter. Ja, kapiert. Mehr Krabbler. Ach, das sind keine Krabbler, das sind Menschen mit Waffen. Und dicken Waffen. Kein Wuss. Wer ist das denn? Kein Wuss. Das schaffst du nicht. Das schaff ich nicht. Ah, jetzt kann ich sie ausweichern. Ah, jetzt kann ich sie ausweichern. Alles klar. Weg hier. Ich muss mal ganz kurz die dicke Waffe auspacken. Okay. Okay. Äh, einmal heilen. Das war falsch. Ne, das war richtig. Okay. Wir haben nur die richtige Waffe. Ja, okay, easy. Ja, ist mir aufgefallen. Da ist noch einer. Achso, ich geh da einfach schon mal weiter. Ja. Da sind noch mehr, viel mehr. Wir müssen sie erledigen, sonst kommen wir nicht zum Bike. Hast du noch mehr von den Rauchgranaten? Ja. Von hier sieht man den ganzen Parkplatz. Pass auf, wo ich hingehe und wirf dann die Granaten vor mich. Alles klar? Klar. Okay, dann mal los. Hallo, Schwede. Moment. Wie sich jetzt verteidigt. Süß. Ähm. Und absolut richtig Primey. Ey, fürs Selberdenken werde ich nicht bezahlt. Also bitte. Bereit! Da müssen erstmal hier noch ein paar mehr Leute zusammen, dass ich hier selber denke. Bringt den Netzkerl auf! Weg! Das wird zu teuer. Oh! Nein! Mach kaputt! Nein! Mach kaputt! Nein! 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 Sarah! Wirf! Hierher! Komm raus, Arscher! Warum machst du dich nicht? Hat dich verschanzt! Ich brauche Deckung! Aua! Ja, ja, ich komme! Ei, ei, ei. Nein! Nein! Das ist wieder der dicke Moppsmann! Ich bin richtig! Oder? Hör nach, Alter! Haben wir einen erpisch? Jemand hat's erpisch! Nein! 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 wir sind alter finde da war auch viele erst mal unten erst mal wieder auf chat weil ich da jetzt schon wieder für wahrheiten entdecke aber da schießt noch eine so glaubt das war's ah worum geht's jetzt wie ist jetzt das gespräch auf hubse gekommen was habe ich irgendwas nicht mitbekommen ich kann euch jetzt gar nicht folgen chat ich habe den übergang verpasst der übergang war erst still und leise die gefährlichsten ja alter schwede warum geht es jetzt nicht weiter wo muss ich noch hin habe ich mir etwas sehen wo ist noch der letzte dude ich soll das bike holen i guess oh man ah da hinten ja okay warte ich komme zu dir ah ei 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 ah ha Tim beziehungsweise TheLegendTale der hat ja schon danke fürs Follower gesagt schönen guten Abend dir und danke für die lieben Worte so geht es eigentlich hier jeden Streamer zu tatsächlich also dementsprechend kann ich sagen ich wünsche dir viel Spaß weiterhin wir sind monats bis freilags halt da ähm meistens so ab 22 Uhr bis 3 Uhr und tatsächlich einfach locker aus der Hüfte ein bisschen Game dabei und ein bisschen aus dem Alltag halt labern genau so ist das irgendwann vor fünf Jahren mal gestartet und genau so möchte ich es halt weiterführen und wenn du dabei Spaß hast lieb gerne mach es dir gemütlich wird heute zwar ein bisschen komische Themen wenn es mal ums Pupsen geht ist ein bisschen unangenehm äh ja aber es ist dann auch in der Tat naja egal willkommen und danke dir bist du okay? ob ich okay bin was ist los mit dir? ach ich weiß nicht ich dachte grad an unser erstes Treffen du hast mit meiner Knarre diesen Typen verjagt und gezittert wie Espenlaub ja seitdem hat sich viel verändert na los verschwinden wir von hier ich mein wir könnten jetzt ich glaub ich möchte nicht über das Pups Thema diskutieren weil ich selbst bin jetzt nicht so ein Pupser dass alle von früher sind tot aber das erklärt nicht erklärt was nicht Deacon warum mich jeder von den Jungs hier die Hexe von Wizard Island nennt? hör zu auf den Scheiß geb ich nicht viel okay? mir ist nicht mehr passiert als jedem anderen auf diesem scheiß Planeten auch ja ja okay wie du meinst der Schwede ist ein Legend Tale okay Tim Dankeschön für den Support ich hoffe der Fünfer ist für dich gut angelegt ich sage dickes Dankeschön für den Support in der geschützten Szene sind da keine Alerts an damit man halt nicht so über die Cutscenes es ist gerade keine Cutscene ich erkenne den Fehler Entschuldigung trotzdem vielen lieben Dank für den Support sehr dickes Dankeschön und herzlich willkommen viel Spaß hier mit den E-Mails und der Community manchmal ein bisschen komisch aber eigentlich immer ganz lustig Dankeschön Mann ne tatsächlich was ich sagen wollte ich hab tatsächlich nicht so super Aufblähungen wenn ich mal wirklich das einzige was bei mir Blähungen verursacht muss ich sagen ist aber auch nicht jede manche Pizza wenn ich halt wirklich irgendwas mit Käse esse ich weiß nicht woran es liegt davon kriege ich das aber ansonsten habe ich eigentlich einen sehr robusten Magen tatsächlich nicht mag vielleicht auch daran liegen ich habe glaube ich eine gute Verdauung das heißt ich kann halt sehr gut aufs Klo gehen mehrfach am Tag also von daher oben rein unten raus aber ja nun ich glaube das sind jetzt nicht so Themen die jetzt hier so prädestiniert sind das weiß ich nicht so Sam ich habe es noch nie testen lassen ich habe keine Probleme wenn ich Milch oder so trinke wie hat nur bei manchen Pizzen nicht bei allen Pizzen also bei Tiefkühlpizza zum Beispiel gar nicht ist es meist bei frischer Pizza wenn du die aus der Pizzeria bestellst oder so ich weiß nicht woran das liegt ich finde die Beziehung immer noch merkwürdig wie sehr ich das brauchte was gern geschehen also die ist wirklich merkwürdig Neue Mission freigeschaltet Triff dich mit doch Rümmeres ach ja wir müssen uns nochmal untersuchen lassen ich würde gerne halt wissen wie wie was die halt jetzt wirklich halt ob sie halt einfach wirklich nur hey du solltest nicht hier sein was halt die Klappe ob die gefühlstechnisch wirklich nur abgeschlossen hat oder ob die jetzt wirklich was Neues am Start hat das ist aber echt merkwürdig ey was mich halt wundert dass er sie halt nicht zur Rede stellt ey das ist doch das erste was ich halt machen würde dass sie halt zumindest mal einen Grund nennt aber im Moment hält sie ihn halt einfach nur hin Taylor was ist denn los Mann ist es denn zu glauben der Arsch-Captain Kuri lässt mich Wache schieben fuchte damit nicht so rum ja ich weiß das ist ein Scheißjob aber du kriegst das bestimmt hin okay ja ja ey was läuft denn so bei dir immer hast du dir Wolf gefahren oder so soll der Dock dich ordentlich einschneiden hier ist dein Ohr was ich hör dich nicht ich verarsch dich doch nur Mann ich hab überhaupt keine Schmerzen alter ich hab Oxi vom Dock gekriegt die sind der Hammer mir geht's gut alles bestens oh hey äh der Lieutenant war vorhin hier und sie wollte irgendetwas vom Dock haben ja dachte das interessiert dich na klar wir sehen uns Taylor gerne was macht denn dein Job Tony immer noch im neuen Job oder schon wieder irgendwelche News das wird schon aber keine Schlägereien ich versuch's Doc weißt du me parece es es ist schon eine ganze Weile her dass ich da draußen war ich werde weich estoy oblandando soll das sein oh im Ernst jetzt du willst mit mir da rausfahren vor diesem ganzen Mist bin ich selbst oft gefahren okay dann los geht's Copper und immer noch Richtung Strock und immer noch Richtung Strock Reisepläne Colonel ich war lange nicht in der Außenwelt also wollte ich Corporate Central nein 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 wohl eher nicht Colonel ich weiß nicht was ich ohne sie machen würde ihnen darf nichts passieren sie sind zu wertvoll das ist ja nicht seine Kappe das ist ja nicht seine Kappe das ist die Kappe die er von dem Colonel Corporal Dingsbums bekommen hat das ist nicht seine Kappe das ist noch eine Militärkappe ähm irgendwas wollte ich jetzt noch sagen jetzt habe ich es vergessen ach genau ähm tatsächlich Vivi und ich haben auch angefangen die achte Staffel von Shameless zu gucken die kannten wir tatsächlich noch nicht weiß gar nicht wann sie die hinzugefügt haben aber jetzt haben wir angefangen die zu gucken ähm das gucke ich jetzt mit Vivi zusammen also wir gucken Shameless ich gucke jetzt halt äh Nightflyers wobei ich das glaube ich heute durchbekomme und Vivi hat jetzt mittendurch und guckt jetzt Hamlock Grove aber bei der dritten Staffel mach Pause da will ich mitgucken die dritte kenne ich nämlich selber noch nicht von Hamlock Grove ich kann Wurst machen ja tatsächlich damit habe ich zum Glück keine Probleme das geht ganz gut muss ich sagen toi 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 was mich weitermachen ließ ok was haben wir da vorne ach jetzt haben wir müssen wir uns wieder die Räder anhören oder was oh Gott ja jetzt müssen wir uns wieder die lustige Räder anhören ich lass den Bildmachgerät mal aus weil jetzt kommt wieder die Räder Räder vom Colonel dann lassen wir uns mal reden hören also Fleischer Wurst wir haben uns versammelt um zu feiern das Ende ist nah Captain Curry arbeitet pausenlos am Aufbau und Training unserer Armee Lieutenant Whittaker arbeitet unermüdlich an einer biologischen Waffe die hunderte Freaks auf einmal erledigen kann Lieutenant Weaver arbeitet an chemischen Kampfstoffen mit denen wir ganze Horden niederbrennen können bald wird die Brandrodung der Vergangenheit angehören aus unserem defensiven Krieg wird jetzt ein Angriffskrieg werden wir werden die Freaks angreifen uns unsere Welt zurückholen und seht sprach er der Feind der es sät ist der Teufel die Ernte ist das Ende der Welt die Schnitter sind die Engel sie werden alles Böse aus seinem Königreich sammeln und die die da Unrecht tun in den Feuerofen werfen es wird heulen und klagen und Zähneklappern geben wir die Deschutes County Miliz sind diese Racheengel wir sind auf dem Weg wegtreten ok klingt teilweise ja ein bisschen schwierig und ein neuer Fertigkeitenpunkt jo schau mal noch mal rein was mich interessieren würde Tim isst du denn selbst noch Fleisch oder tatsächlich nachdem wenn du es halt selbst zubereitest dann eher schon in die Richtung eh lieber nicht mehr das würde mich mal interessieren ich selbst bin tatsächlich sehr Team Fleisch also ich ernähre mich halt sehr sehr gerne eigentlich fast nur von Fleisch wenn es die Möglichkeit gibt egal ob jetzt sage ich mal Würstchen oder Schweinefleisch Rindfleisch Hähnchenfleisch muss nicht unbedingt sein aber wie gesagt ich esse es halt sehr sehr gerne aber man hört ja halt oft wenn man halt in der Zubereitung drin steckt ok jetzt ein bisschen du weißt hoffentlich wie ich es meine dass man es dann vielleicht gar nicht mehr so mag äh ich überlege gerade was ich will will ich den Kopfschuss kill also den Schaden äh beim Kopfschuss oder davor ist keine Konzentration mehr wenn du nachlädst beim Sniper in den Fernkampf einfach so blöd nachzuladen ja ich glaube ich nehme die Heilung beim Kopfschuss kill ja nehme ich mal mit mich hält nichts auf Level 30 pew pew ich glaube 45 müssen wir werden für die Trophies kein Aufschnitt mehr ah aber Fleisch weil Entschuldigung wenn ich jetzt die Wortwahl benutze äh Aufschnitt zu sehr gepuncht ist oder warum nicht würde mich mal interessieren warum ich das sage ähm das hatte ich tatsächlich in meiner Familie die aus dem Osten kommt die hatten tatsächlich im Osten die Möglichkeit mal auf den Bauernhof zu gehen und tatsächlich ein Schwein was noch gelebt hat zu töten zu häuten ausbluten zu lassen die Teile zu ich sag jetzt mal filetieren ich bin kein Metzger und die dann mitzunehmen obwohl sie alle bis zu diesem Zeitpunkt sehr gerne Fleisch gegessen haben mochte danach plötzlich keiner mehr großartig für eine gewisse Zeit zumindest Fleisch weil sie immer noch das Bild von Schwein lebt Schwein fällt tot um Blut läuft raus hatten und dann waren plötzlich alle gar nicht mehr so für äh Fleisch was ich verstehen kann weil es sicherlich erstmal ein schockierender Anblick ist wenn man es noch nie gesehen hat und äh da so ein Lebewesen halt umbringt äh so wo müssen wir hin da hin und das ist auch das einzige und wir könnten jetzt vielleicht das Nero Camp hier hinten machen wenn wir nochmal in der Gegend sind genauso da da oben noch ne genau die müssen wir noch machen judi 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 dann markieren wir die mal äh da wo ist das ich weiß jetzt nicht ob es vegane Metzger gibt ich meine es nicht anfassen heißt ja nicht dass man es nicht essen muss oder umgekehrt ne das ist halt zwar sinnlos oder also du musst es ja nicht essen vegan heißt ja anfassen darf man noch oder aber ich glaube gut wenn er wenn es eine Überzeugungssache ist wird man wahrscheinlich dann kein Metzger da stimmt schon ok teilweise weiß er halt was drin ist und will sich nicht mehr essen ja ok ja ich möchte glaube ich auch nicht wissen was in Leberwurst oder so drin ist ich esse hier halt teilweise auch sehr gerne ähm Kalbsleberwurst aber ich glaube ich will auch nicht wissen was da drin ist ich glaube da will ich es auch nicht mehr essen oh yeah alter Schwede Crash Chris aus dem out of nowhere sei gegrüßt schönen guten Abend und dankeschön für 5 Geschenks ab für die Community und erwischt hat es tatsächlich oh yeah Definitionslücke ist damit zurück im dritten Monat Blood Brother HD ist zurück im dritten Monat Mr. Kesuke zum ersten Mal was mich wundert der Boonkopf im zweiten Monat und Wadakant wahrscheinlich aus dem Norden auch im zweiten an die vier genannten willkommen zurück an Mr. Kesuke willkommen zum ersten Mal habt viel Spaß denn der Crash Chris macht's möglich dickes Dankeschön Crash und Stream-Fans sei auch gegrüßt ja ist Placeholder Chat das oh yeah da werde ich nochmal selbst was einsprechen das habe ich einfach nur gemacht wir haben ja diesen Monat äh testweise einmal einen Monat mit Donation Alerts ähm und da hatte ich keinen anderen Alert das werde ich nochmal mach ich kommt schon kommt schon da muss ich dann nochmal was anderes einsprechen aber dankeschön Crash Chris hilft natürlich ungemein und eine Freude für die anderen perfekt dankeschön denn du hast einen DNA Synthesizer äh nein aber äh es gibt da einen Schrottplatz bei Fort Clement wo ich ihn fahren könnte da gibt es nichts was ich brauche du Gott ich lerne es wirklich nie aber ich weiß tatsächlich wo einer ist wirklich ja dein altes Labor Cloverdale okay ja super wir müssen nur einen Weg finden über die Berge ja du hast recht völlig unmöglich mein Gott du kennst deinen Weg nicht wahr gut du kannst mich fahren ist das ein Befehl Lieutenant ja nein es ist ich meine nein es ist kein Befehl na wo ist denn nun tja keine Ahnung fährst du mich hin oder nicht warm anziehen wenig einpacken hey Dick oh mein Gott wenn du noch einmal Danke sagst dann sag wenn du fertig bist sag wenn du fertig bist kleiner Ausflug Lieutenant Colonel Captain ja wir wollen nach einem Gerät suchen das ich benötige verstehe wie geht ihre Arbeit voran gut gut mit die Corporal St. Johns Hilfe habe ich gute Fortschritte gemacht danke dass er meinem Projekt zugeteilt ist nun Lieutenant Viva macht auch Fortschritte er sagt er wolle seine chemische Waffe Ende der Woche testen ich weiß meine ist bald fertig ihnen ist doch klar dass sie wertvoller für uns sind als jedes Gerät Geräte kann man ersetzen sie nicht ich war schon in der Außenwelt sie wissen ich komme allein zurecht weitermachen Corporal ich möchte gern Willvers Ausrüstung sehen ich möchte sehen was er macht ich will nachsehen wo er jetzt steht so und Crash Quiz doch war nötig wenn du schon halt gehst du für mich und den Club halt raus haust und selbst nicht im Club bist da können wir ja nicht so stehen lassen dann muss ich dir auch ein zurück schenken und das ist der zwölfte Monat sogar wie ich sehe damit hast du eine neue Badge ein Jahr dabei dankeschön für den Support man und hab viel Spaß den einen Monat mit den Emotes und dem Aufenthalt und wir werden nochmal danke für die lieben Worte und die Geste natürlich ja gut und wir müssen direkt hier weiterfahren ergo geht es wieder los wo müssen wir denn hin nach oben ach tatsächlich zu dem Camp ja das trifft sich ja tatsächlich sogar super eventuell können wir das Camp danach direkt dann machen müssen wir mal schauen was soll das alles überhaupt was dieses Ja Sir und Nein Sir das Salutieren die Ränge die Uniformen ist doch irgendwie sinnlos oder unter diesen Umständen hey du warst doch in der Armee du kennst das das war was anderes warum es gab halt mehr Menschen auf der Welt was weiß ich ich meine eine Armee zu haben war sinnvoll ich finde es jetzt sinnvoller warum es herrscht ein absolutes Chaos wir brauchen Ordnung und Disziplin sonst schaffen wir es nicht weißt du ich kenne so einige Camps in denen es ziemlich gut läuft ohne dass sie einen Colonel im Nacken sitzen haben weißt du was lustig ist daran dass du Uniform und Ränge sinnlos findest nein was ich habe dasselbe über den MC gedacht ich meine ihr hattet Ränge wie Road Captain und Sident und Abzeichen und Kutten und Tattoos ist wie Uniform und wenn ihr losgefahren seid habt ihr wie eine Armee ausgesehen naja bis auf die Werte und die von Bikes jetzt wo du sagst weiß ich was du meinst weißt du es überrascht mich wirklich dass du deine Kutte nicht anhattest als du herkamst ich hätte nie gedacht dass du die aufgibst auch nicht nach einem Felduntergang meine Kutte wer weiß vielleicht lässt mich der Colonel ja die Uniform wechseln ja man weiß es nicht war der schon hier als du hergekommen bist ja aber die Soldaten hatten damals ein paar Bärenprobleme Bärenprobleme Moment muss das Ding mal umtreten glaub davon müssen wir ach ich kann nicht absteigen verdammt hier oben ist eins glaub davon müssen wir auch zwölf Stück umtreten ah wie geht's denn so fragt der Stream Fan mir persönlich super also mir macht das Spiel Spaß toller Stream heute tolle Gespräche gehabt ja von daher ich kann nicht klagen Woche wird spannend fangen wir mal wieder nach sieben Jahren MMO an bin schon extrem nervös aber auch ein bisschen ängstlich also so eine Mischung aus allem dann die Dokomi wo ich dann auch mich wieder irgendwo hinsetze keine Ahnung was am Samstag beziehungsweise Sonntag dann passieren wird keine Ahnung bin ich auch sehr gespannt drauf und dann Sonntag die E3 also wird eine tolle Woche hoffentlich also von daher ich kann nicht klagen Stream Fan ich hoffe bei dir ist auch alles super ne eigentlich wieder ein altes Headset das hatte ich schon vorher Cyberslay ich hatte jetzt nur die paar Wochen anderes auf zum testen da habe ich gestern Abend den Test fertig gemacht den muss ich jetzt nur noch editieren dann geht das Testvideo auf YouTube online ich konnte es halt nicht tragen weil ich Ohrenschmerzen bekommen habe ich fand es insgesamt vom Klang und vom Mikro ein Stück besser aber der Tragekomfort war schlechter weil es Ohraufliegen war ich brauche halt für meine Ohren weil die empfindlich sind ein Ohrum schließendes und nicht aufliegend also ich konnte es wie gesagt leider nicht lange tragen und Leberti dankeschön man Mh hört sich eins an was meinst du na er sagte er will dich melden ich meine wie wird Matt das finden der Colonel wird ihm sagen dass er sich gefälligst um seinen eigenen Scheiß also jetzt weiß ich gerade nicht Chat das ist gerade eine Cutscene mein Gott was ist los nichts es ist nur ich meine die Aussicht sie ist unglaublich ja ja ich glaube ich sehe das gar nicht mehr also ich ich nehme es gar nicht mehr wahr meine ich wie geht das denn es ist atemberaubt ja die Welt erwacht dankbar für den neuen Tag hey wenn du den ganzen Tag durchs Mikroskop starren müsstest wüsstest du das auch zu schätzen hey das tue ich doch wirklich zum Tagesanbruch da zu sein ist wesentlich besser als die Alternative ehrlich gesagt ja es gab Zeiten da dachte ich nicht dass ich mich je wieder auf einen neuen Tag freue ja das Gefühl kenne ich wie war es bei dir meine damals ah ich weiß nicht ich ja ich bin wohl einfach zu stur um aufzugeben das glaube ich nicht ich hatte aufgegeben Sarah das stimmt und dann ich weiß nicht dann war das mit Busas Arm und und ich musste ich konnte ihn ja nicht sterben lassen zu sehen wie er ums Überleben kämpfte ohne Grund ohne ohne einen beschissenen Grund ich ich glaube ich wollte ich aber achtet nochmal wieder auf die Details wenn er schaltet mit der linken Hand bewegt er auch den Fuß also der Realismusgrad ist extrem hoch und dann fand ich raus dass dass du immer noch am Leben warst und und das war wirklich der Zeitpunkt an dem ich mich umbringen wollte ja klar nein wirklich aber aber dann fiel mir ein dass du noch meinen Mongrels Ring hast und das ließ mich weitermachen ich wollte ihn mir zurückholen aber du weißt ja wie das ausgeht scheiße ganz genau es wird wieder besser das weißt du oder ja ja wir können es schaffen die wirklich willst du jetzt mich überzeugen oder oder dich wir wir müssten gleich da sein oder ja wir sind schon fast am Tilson Tunnel und ja ich kann halt mit Pat nicht fahren tut mir leid irgendwann irgendwann werde ich mir mal so ein Lenkrad können vielleicht zu Gran Turismo wenn es mal irgendwann kommt das neue genau und äh Lebertin hatte oben ein Kompliment geäußert dafür habe ich mich halt bedankt damit ich brauche deine Hilfe allein kriege ich dir nicht weg mein Gott was zum Teufel ist das das ist ein Siegel das ist ein Warnsignal der Ripper was für Ripper Ripper Rest in Peace das war ein Kult sie ritzten sich verehrten die Freaks sie wollten sein wie sie und äh man wusste was passiert wenn man nicht so sein wollte wie sie und was machen wir wenn wir ihnen begegnen wir werden ihnen nicht begegnen Hilfst du mir jetzt oder nicht ja klar ja jetzt machen wir erstmal wieder die Kamera an ne keine Ahnung ich habe halt nicht das Gefühl dafür in den Daumen irgendwie also deswegen äh spiele ich auch so Racing Games eigentlich nicht gerne und überall wo ich fahren muss ist immer eine mittelschwere Katastrophe das ist äh nicht meins na gut schieben wir mal hier das Moped mal beiseite Hattest du ne ähnliche Cyber Slayer? also die On-Ear kommt für mich halt echt nicht in Frage das funktioniert halt tatsächlich null weil halt eben tatsächlich Headset, Ohr und dahinter noch die Brille und dann drückt quasi das Headset mit dem Ohr auf den Brillenbügel und ohne Witz, Vivi hat's gesehen ich hatte tatsächlich schon leichten Eiter am Ohr weil das so doll gedrückt hat also tatsächlich ich hab's echt versucht und nicht einfach nur gesagt ja es drückt ist nicht meins also tatsächlich ich hab mein Ohr damit sogar verletzt also ähm ist halt nicht meine Bauweise weil du doof bist ja ich muss das ja halt testen äh äh ich seh gar nix okay festhalten das könnte ganz schön eng werden meine Güte kein Wunder dass niemand mehr Auto fährt das ist noch gar nichts der Tunnel bei der alten Belknap Road den Busa und ich immer genommen haben der Verkehr staute sich vor einem Nero Kontrollpunkt über eine Meile als alles gerannt wurde klingt furchtbar ich hab Schlimmeres gesehen aber ja Oh Gott hell Aber dein Neues ist tausendmal besser was hast du denn geholt und ist das ein XLR Headset oder äh Klinke? Bin ja immer neugierig was so Technik angeht Was ist gleich da? Hey das kenn ich doch Ja ja es ist gleich hier Ja jetzt sind wir wieder im Norden richtig und da hatten wir ja schon eine Cutscene hier in dem äh Gebiet wo wir sie damals abgeholt haben USB und Klinke okay ja gut das kann ich halt eben an der ganzen Hardware nicht anschließen das ist mein Problem Cyberslayer ich will es ja schon äh in den DBX halt für Noise Gate und Kompressor und so anschließen eben deswegen fällt die USB für mich halt leider weg aber wenn es dir halt besser gefällt sehr nice dass ich das hier nochmal wiedersehe okay gut der Strom ist noch an ja überrascht mich nicht auf dem Dach steht eine Solaranlage ich hab auch mal was von einem atombetriebenen Generator gehört aber ich weiß nicht okay und wie zur Hölle kommen wir da rein? ja ich zeig's dir wie gesagt der Strom ist noch an stimmt's? Sarah Irene Whittaker ID 2007659 guten Tag Sarah Irene Whittaker Willkommen in der Cloverdale Forschungsanlage Iron Butte Ihr letzter Login liegt 751 Tage zurück bitte warten ja an so viel Hightech kann ich mich gar nicht erinnern so toll ist das auch wieder nicht Aerie ist nicht intelligent sie ist eine bessere Smartphone App Aerie? Artificial Intelligence Response Interface Oh mein Gott Was ist denn? Guck mal Schau doch mal so viel zu essen Sarah das müsste vertrocknet sein Es ist die Bewässerungsanlage alles läuft automatisch solange der Strom läuft er hält sich alles selbstständig Oh ok shit hier gibt's einfach alles es gibt Essen es gibt Wasser es gibt Strom es gibt einen hohen Zaun es wundert mich dass hier noch keiner wohnt wie du schon sagtest der Strom ist noch an das sind 8000 Volt die jedem raten weg zu bleiben siehst du? Na los! wie wärs wenn wir das Tor zumachen und nicht das Moped da genau zwischenparken dann ist gleich alles voll mit Moped Männern ähm ja ist auch für den Anfang absolut in Ordnung Cyberslay ich hab ja auch klein eingefangen das kommt dann nach und nach also direkt halt mit Booms Equipment anzufangen ist absolut nicht ratsam das absolut verständlich, na klar Okay Das ist das Audio-Technica-BPHS-1-Stream-Fan, was ich jetzt aufhabe. Und als Test hatte ich halt das BPHS-2. Alter. Cool, cool, cool. Oh, verdammte Krähen. Oh, Gott, verdammte Krähen. Sie sind infiziert. Darum sind Sie so hyperaggressiv. Mich machen Sie auch aggressiv. Ich glaube, es ist okay, solange wir leise sind. Okay. Komm mit. Okay. Was ist denn hier passiert? Keine Ahnung. Sarah. Das sind alles Angestellte, oder? Kanntest du sie? Ja. Ja, ich kannte sie. Los, gehen wir. Alter Finn, ich habe mich auch gerade gut erschrocken, ey. Ja, erinnert natürlich sehr stark an Hitchcock's Die Vögel. Sie wurden also erschossen, als Sie, als Sie von hier weg wollten? Ich meine, ja. Sieht ganz so aus. Und dann wurde alles verriegelt und verlassen? Wozu das alles? Ich weiß es nicht, Deacon. Ich war nicht dabei. Okay. Also regelrecht hingerichtet. Naja, die sind auch nicht zombifiziert. Die wurden halt vorher erschossen. Die sind halt quasi einfach jetzt ganz normale Leichen, wenn man das so sagen darf. Die wurden halt mit dem Kopfschuss halt hingerichtet. Eher und zu der Frage, die ich gerade noch aus den Augenwinkeln gelesen habe, mit den Atomkraftwerken. Ich bin mir nicht sicher, was passiert. Also nehmen wir mal tatsächlich an, es würde irgendwas passieren, dass alle Menschen instant tot umfallen. Weiß ich nicht, ob die Atomkraftwerke in die Luft gehen würden. Würden die Brennstäbe nicht einfach nur irgendwann quasi verglühen und dementsprechend keine Leistung mehr haben? Und dann wäre Ende. Ich weiß nicht, ob das halt eine Gefahr wäre. Ich kenne mich damit aber auch tatsächlich ehrlich gesagt nicht aus. Abgesehen davon, wenn nicht das passiert, dass alle Menschen instant umfallen, wird wahrscheinlich jemand, der dann zu dem Zeitpunkt noch lebt, schon auf die Idee kommt, irgendwann zu sagen, Power-off gehe ich mal dann ganz einfach von aus. Weil andersherum könntest du sagen, dann wäre genau dieselbe Frage, was wäre zu diesem Zeitpunkt mit allen Flugzeugen, die gerade rumfliegen. Genau, die würden dann nämlich auch einfach einer runterknallen oder alle Schiffe irgendwo von der Wand fahren, ehe auch alle Autos. Aber wenn eh alle tot umfallen, dann ist es auch egal, ob dann dementsprechend die Atomkraftwerke noch in die Luft fliegen. Dann ist eh schon alles tot. Also ob du dann halt an Zombie-Virus stirbst oder an, ähm, jetzt wollte ich Atomvergiftung sagen. Ist Atomvergiftung ein Wort? Also ihr wisst schon, an Verstrahlung. Ich glaube, das ist dann auch real. Okay. Okay, gut. Also wieso, wieso, äh, wie nennst du das, Irie? Wieso funktioniert Irie am Tor und nicht an der Vordertür? Mich wundert, dass sie überhaupt funktioniert. Ich weiß noch, die Typen von der IT haben sich dauernd über Systemfehler beschwert. Und da gab es noch eine wöchentliche Wartung. Das ist, wie lange her? Zwei Jahre? Ja, gut, okay. Dann ist aber die Frage, äh, Stefan, inwieweit es dann in dem Gebiet da drumherum überlebensfeindlicher ist, als die Welt dann ohnehin schon wäre. Klar wären wir besser dran, wenn sie nicht da wären, ist mir schon klar. Aber brauchen wir nicht diskutieren. Gottverdammt, ich versteh nicht, warum die nicht funktionieren. Hey, Sarah. Was? Du sagtest, dass niemand hier reinkommt? Ja, wieso? Vielleicht ist schon jemand da. Verdammte Scheiße. Mein Gott, du hast recht. Die haben mich ausgesperrt. Hey! Hey, lasst uns rein! Nein, wir wollen euch nichts tun und wir wollen nicht bleiben! Oh Gott, lasst uns rein! Na ja, gibt es noch einen Eingang? Ja. Ja, ich hab ne Idee, komm mit. Ja, und das, was Nico schreibt, ist tatsächlich eine plausible Idee. Oder besser gesagt, Theorie. Aber warum sollte die nicht abgeriegelt sein? Wir wissen nicht, ob Sie was abgeriegelt haben. Das kann ein Fehler sein. Und die Notausgänge kann man gar nicht abriegeln, laut Cloverdale-Sicherheitsprotokoll. Ich mein, denkt man ja schon häufiger darüber nach, dass irgendwelche Krankheiten, Viren oder was weiß ich, die dann irgendwann mutieren und freigesetzt werden, plötzlich dazu führen. Und aber ursprünglich als militärischer Kampfstoff entwickelt wurden. Also von daher, das, was Nico halt schreibt, gar nicht mal so undenkbar. So, hier ist es. Jetzt müssen wir nur noch irgend wieder hoch. Warte, warte, ah. Ich könnte auf den Riegel schießen. Hm, mit der Schrotflinte? Das ist natürlich jetzt keine so gute Idee, oder? Ja, ich mach mal. Äh. Ja, Schuss. Schon mal gemacht? Äh, ein oder zweimal. Wow. Hahaha. Ich hab mir einfach fast die halbe, äh, Leiter hier weggebumst. Ja, ich, ich durfte ja meinen Schalldämpfer nicht benutzen. Versteh ich nicht. Ich weiß nicht so recht, warum lässt er mich nicht vorgehen? Hör zu, ich weiß nicht, was da auf dem Parkplatz passiert ist. Aber ich kann dir versichern, dass niemand an diesem Zaun vorbeikommt. Ich kenn die Leute hier. Und wenn Jim da drin ist, lässt er uns rein. Jim? Jim, der möchte gern Kopf, Jim? Jim, der mich fast erschossen hätte, als ich dich abholen wollte? Die kennen das ist lang her und es hat sich so viel verändert. Ja, und nicht zum Guten. Sarah Irene Whittaker, ID 2007659. Guten Tag, Sarah Irene Whittaker. Willkommen in der Cloverdale Forschungsanlage Iron Butte. Ihr letzter Login liegt sieben Minuten zurück. Bitte warten. Siehst du, ich sag's ja. Die anderen müssen eine Fehlfunktion haben. Bereit? Komm her, komm her. Los, runter. Dieser verdammte Mistkerl. Was sagtest du noch? Wenn mich diese Welt eins geleert hat, traut niemanden, erwartet das Schlimmste. Ich verstehe langsam, was du meinst. Okay. Die Entdeckungsfeuer. Tu, was du kannst, um sie abzubeziehen. Das ist alles. Okay. Ich gebe dir ein Signal, wenn ich soweit bin. Das ist alles. Das ist alles. Ich habe mich hat zerwischt. Ja, mach mal. Me lady. Oh mein Gott, das ist die Kamera. Die Entdeckungsfeuer. Du hast schießt auf die verdammten Lautsprecher. Die Stimme ist wahnsinnig. Ja, das ist alles. Nein, nein, töt ihn. Weiter, weiter. Das ist alles klar. Warum läuft der Kerl die ganze Zeit durch die Gegend? Weil das meine Übertaktik ist. Die sind schon wie Chad. Warum läuft der die ganze Zeit? Ja, weil der Angriff einfach cool ist. Kostet mich halt nichts. Ist alles klar. Okay, ich bin bereit. Ist alles klar. Warnung, Waffeneinsatz autorisiert. So, jetzt müssen wir noch die Lautsprecher finden. Mal eben alles looten. Warnung, Warnung. Ein Notruf wurde abgesetzt. Die Polizei ist unterwegs. Achso, cool. Verheben Sie sich umgehen. Die Polizei kommt. Wir sind safe. Glaub ich nicht dran. Warnung, Warnung. Dies ist ein Alarm Stufe 4. Sind Schüsse gefallen. Sicherheitspersonal zum Wartungsgebäude. Warnung, der Waffeneinsatz gegen alle Eindringlinge ist autorisiert. Warnung, Waffeneinsatz autorisiert. Und was mir dazu noch einfällt. Das, was ich zumindest in Biologie gelernt habe. Gut, ich bin jetzt kein Biologe. Warnung, Warnung, Warnung. Das, wenn ein Virus eigentlich so aggressiv ist, dass er halt überspringt und instant seine Wirte halt vernichtet. Das ist eigentlich nicht die normale Intention eines Viruses, weil er will ja eigentlich weiterleben und überleben und nicht den wir töten. Warnung, Warnung. Und wenn das so hyperaggressiv ist, da läuten bei mir halt immer die Warnglocken, als ob das nicht irgendwie verändert worden ist, um es als Waffe zu nutzen, um halt einfach auszulöschen. Weil normalerweise sollte das halt eben nicht der Fall sein. Warnung, der Waffeneinsatz gegen alle Eindringlinge ist autorisiert. Moment, Sarah Irene Whittaker, ID 2007659. Sarah Irene Whittaker, Sicherheitsverstoß festgestellt. Die Cloverdale-Anlage wird abgeriegelt. Wiederhole. Überbrücken, ID 2007659. Überbrücken. Sicherheitsprotokoll Alpha 761 wurde überbrückt. Oh Gott, halt endlich die Fresse! Die innere Sicherheit funktioniert noch. Bist du bereit? Ja, aber diesmal gehe ich zuerst. Hey, dieses Mal gehen wir gemeinsam. Warnung, Warnung. Dies ist ein Alarm Stufe 4. Es sind Schüsse gefallen. Auf das Wartungsgebäude. Ja, morgen auf. Ist scharfschützend auf den Dächern. Nein! Ich sehe sie. Warnung, der Waffeneinsatz gegen alle Eindringlinge ist autorisiert. Warnung, Waffeneinsatz autorisiert. Ach da. Warnung, Warnung. Dies ist ein Alarm Stufe 4. Es sind Schüsse gefallen. Sicherheitspersonal zum Wartungsgebäude. Noch einmal. Sarah Irene Whittaker, ID 2007659. Das sind wir damit der Aussage weitestgehend zuständig. Warnung, der Waffeneinsatz gegen alle Eindringlinge ist autorisiert. Warnung, Waffeneinsatz autorisiert. Jim, Halt! Dies ist ein Mistkerl. Naja, wie du gesagt hast. Alles ist anders. Jo, der flüchtet einfach. Warnung, ein Notruf wurde abgesetzt. Ich bin dran. Willst du erstmal wieder Zeug mitnehmen? Warnung, Warnung. Dies ist ein... Halt die Klappe. Sind Schüsse gefallen? Sicherheitspersonal zum Wartungsgebäude. Ja, hier haben wir aber nichts mehr, oder? Warnung, der Waffeneinsatz ist autorisiert. Warnung. Ja, dann mach mal auf. Los, versuchen wir die Tür. Sarah Irene Whittaker, ID 2007659. Sicherheitsüberdrückung und schalt die scheiß Sprachausgabe aus. Zugriff verweigert. Sarah Irene Sitischer, Ihre Sicherheitsfreigabe wurde aufgehoben. Bitte wenden Sie sich an einen IT-Administrator. Du mischlampe! Hey, hey! Da werden wir sowieso nur in die Falle gerannt. Alle Waffen auf der anderen Seite sind auf uns gerichtet. Wir brauchen einen besseren Plan. Über die Nebentür. Ja, hast du einen? Vielleicht. Äh, kommt man von hier aus irgendwie aufs Dach? Hier drüben. Warnung, der Waffeneinsatz gegen alle Einbringungen ist autorisiert. Da draußen ist ein Vorsprung. Über die Klimaanlage solltest du aufs Dach klettern können. Du meinst, du solltest da hochklettern können? Hör zu, ich will, dass du da raufsteigst und auf sie feuerst. Lenk sie von mir ab. Wenn sie alle zu dir hochgucken, greife ich von hier aus an und überrumpel sie. Warnung, Warnung. Ein Notruf wurde abgesetzt. Was mir übrigens gerade auffällt, Chat, Sarah hat die Stimme von Penny aus Big Bang oder aus Two Broke Girls. Was? Warnung, Warnung. Dies ist ein Alarm Stufe 4. Es sind Schüsse gefallen. Sicherheitspersonal zum Wartungsgebäude. Leg deine Hand aufs Lesegerät. Was soll das werden? Enttäusch, ich sei gegrüßt. Ja, okay. Sie haben bei ihrer Abschaltaktion die Admin-Codes vergessen. Ich weise dir einen temporären Zugangscode zu. Hier ist dein ID-Code. Bereit? Merk euch das. Dein voller Name und ID 5429009, verstanden? Äh, 5429009. Stimmt das? Ja, los jetzt. Ein Notruf wurde abgesetzt. Ich hab's vergessen. Warnung, Warnung. Dies ist ein Alarm Stufe 4. Es sind Schüsse. Okay, warte. Sicherheitspersonal zum Wartungsgebäude. So, hier helfe ich dir. Äh, ach da. Warnung, der Waffeneinsatz ging ab. Fertig? Ja. Geht das? Ja. Warte, bis sie abgelenkt sind und geh dann rein. Hey, geh kein Risiko ein. Warnung. Warnung, ein Notruf wurde abgesetzt. Ich geht's. Die Polizei ist unterwegs. Ergeben Sie sich umgehend. Schiff, du fuhr! Ich weiß, dass du da bist. Antworte mir, verdammt! Ich bin's. Deacon Lee St. John. ID 542-9009. Guten Morgen, Deacon Lee St. John. Hör auf! Siehst du auch! Tim, so muss das hier nicht enden. Dies ist unsere erste Angehendung. Scheiße! Na los, schnappt sie euch! Sprachausgabe deaktivieren! Hör mir doch zu! Oh, fahr zur Hölle! Hör auf! Du hättest einfach verschwinden sollen! Weil ich euch umschütze! Mach ihn krassig! Mach ihn krassig! Wir halten sie! Passt durch! Es ist ein Kavale! Es sind Schüsse gefallen! Es ist ein Kavale! Es ist ein Kavale! Ich bin ein Kavale! Ich bin ein Kavale! Ich bin ein Kavale! Ich bin ein Kavale! Hör auf damit! Nicht nachlassen! Gleich hauen sie ab! So! Der Waffeneinsatz gegen alle Artenfälle ist autorisiert. Warnung! Waffeneinsatz autorisiert! Ich brauche keine Waffen! Ich habe ein Messer! A la... Nein! Warum? A la Crocodile Dandy! Die Polizei ist unterwegs! Ergeben Sie sich umgeht! So! Wo ist der Letzte? Warnung! Warnung! Dies ist ein Alarmstuf! Hier bist du! Es sind Schüsse! Glaubst du du kannst herkommen? Sicherheitspersonal zum Wartungsgebäude! Wo rennst du? Ah! Ah! Das war der Letzte! Easy! Warnung! Warte hier! Ich bringe ihn dir! Ja! Ich komme mal mit dem Messer zur Schießerei und gewinne gar nichts! Mono-Skill! Ja, ohne Witz! Ich wette mit euch! Ich finde in Teso auch den einen Skill und werden einfach wieder durch alle Instanzen dann roffeln Koptern! Einfach alles wegroffeln! Werden wir bestimmt auch mal schützen! Genau das hat er es nach. Genau. Hände! Nein, schließlich ergibt mich! Los, hoch! Erschieße nicht! Wir brauchen ihn noch! Verdammt, noch mal! Zeig mir deine Hände! Schon gut! Schon gut! Sagt mir, was ihr wollt. Okay. Na gut. Er ist sauber! Wir haben uns nur verteidigt. Na runter. All die Toten da draußen, Jim. Du weißt schon, die du erschossen hast? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich meine, was war das? Was hatten die Leute vor? Wollten sie zu ihren Familien sie vielleicht herbringen? Und du wolltest das nicht, oder? Das Risiko war zu hoch. Steh auf. Warte, warte, warte. Ich kann nicht. Jim, ich zähle jetzt bis drei. Nein, 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 nein. Eins. Du verstehst das nicht. Drei. Nein, tu das nicht. Drei. Öffne jetzt die verdammte Tür. Schon gut, schon gut. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut. Danke, Jim. Ja, wir wissen, was wir tun. Ihr müsst das nicht tun. Alter, Pünne. Na los, machen wir, dass wir rauskommen. Es stimmt alles. Ich wollte es nicht glauben. Was? Wovon redest du? Kalix Theorie in 3, 2, 1. Gott, das ist meine Schuld. Ich, ich verstehe nicht deine Schuld. Ich hatte jetzt sofort merken müssen. Wir züchteten hier Haselwurz und, und Mahonien. Doch dann änderte sich alles. Es geschah heimlich. Ich hatte keinen Zugang. Gott, David hat es gesagt. Er sagte mir ständig, dass etwas nicht stimmt. Okay, okay, wer ist David? David Gorman. Er war Forschungspraktikant. Weißt du, was ich sagte? Ich redete von Pharmazie und, und, und Hightech und so weiter. Und dass Milliarden von Dollar auf dem Spiel stehlen und er nicht nachfragen soll. Er hörte nicht auf mich. Er hackte das System. Er kam hinter die Firewall. Er sagte mir, dass das hier irgendein geheimes Projekt sei oder sowas. Ich weiß nicht. Geheimprojekt. Jetzt mal ganz langsam. Er wollte der nächste Edward Snowden sein. Weißt du, er wollte diese ganze Sache hier auffliegen lassen. David Gorman enthüllt die Herrschaft des Bösen und rettet die Welt so in der Art. Und ich, ich hörte ihm einfach nicht zu, Deacon. Ich sagte ihm, dass er paranoid sei. Und er muss hier eingebrochen und an eine Probe gekommen sein. Was auch immer sie hier drinnen zusammengebraut haben. Warte, ich, ich komm nicht mit. Was meinst du? Ich hab es mir kurz darauf selbst zusammengeheimt. An dem Tag, an dem ich niedergestochen wurde, war ich im Cloverdell-Büro in Fairwell und ich wollte zu David, aber er war nicht mehr da. Er war schon zwei Wochen weg. Da war diese riesige Bio-Expo in Portland. Er muss einen Reporter getroffen haben. Er war vermutlich infiziert und wusste es noch nicht mal. Oh mein Gott. Und zwei Tage später, zwei Tage später, waren alle auf dieser Konferenz infiziert und dann stiegen sie in Flugzeuge und flogen nach Hause. Und nach einer Woche waren zweieinhalb Milliarden Menschen tot. Sarah, das ist, das ist nicht deine Schuld. Ich mein, wie hättest du ihn denn aufhalten sollen? Du verstehst mich. Es ist die Forschung. Meine Forschung war Teil davon. Deacon, ich war ein Teil davon. Sie, sie haben mich benutzt. Sie, sie haben mich benutzt. Hey, äh, warte, warte mal eben. Was ist? Äh, die Elektrozäune, wie schaltet man die ab? Äh, die Relais sind in einem Gebäude bei den Gewächshäusern, wieso? Okay, ähm, hier ist ja echt viel zu essen und ich dachte daran, Bousa anzufunken, ihm und Ricky Bescheid zu sagen, dem ganzen Lost Lakeham. Meinst du, du kannst das aufladen? Ja, klar. Okay, ähm, ich bin gleich da. Okay. Ja, es wäre vielleicht noch lustig, wie wenn es nicht so fucking traurig wäre, aber da sieht man halt mal, dass halt die Praktikanten, die vielleicht noch nicht verblendet sind von Ruhm, Erfolg, Geld, whatever, irgendwas sagen, aber kein Mensch hört drauf. Das ist halt, das ist halt Traurige dabei. Ah. Also, wir kommen, äh, oh, jetzt mal eine andere Frage, Entschuldigung, für Stammeln. Äh, die Frage, die mir gerade durch den Kopf gegangen ist, wir hatten gerade in dem Gebäude zwei Collectibles. Ah, gut, wir brauchen nicht 100% Collectibles, okay. Sonst hätte ich nämlich jetzt gefragt, wie hätte man die bekommen sollen nach der Mission, wenn man nicht nochmal reinkommt. Aber okay, wir brauchen ja nicht 100%, sondern, glaube ich, nur 75%. Das heißt, das wären dann wahrscheinlich welche, die man, ähm, übersehen hätte können. Weil man dementsprechend für 100% die hätte mitnehmen müssen, wenn du nachträglich nicht mehr reinkommst. Dann wären es quasi Missile Builds gewesen. Oh, hi, ich bin wieder da, ich katze ihn, ich bin wieder weg. Oh, mehr Krähenverdammt. Stopp! Bevor ich jetzt aber weitermache, ich muss jetzt wirklich mal ganz kurz pipi. Boah, ey, schon, äh, eigentlich, ja, ich muss trotzdem, kann ich nicht ändern. Lauf nicht weg, wir machen eine ganz kurze Minute Pipipause. Äh, ich hol mir noch ein Kind zum snacken. Wo hab ich denn hier mein, äh, Pausenmoped? Da, lauf nicht weg, ich bin in einer Minute wieder da und dann, äh, machen wir noch ein bisschen weiter. Bis gleich! Äh, falsche Taste, da. das ist ja ganz pillen Tag. Okay. Lauf nicht weg, ich bin zur Verfügung oder cadre. Okay. Das ist ja so, am we so, wie... Okay. Das ist ja so, wie so, wie ich mir die drüber, ergriffen. Müiß R Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Genau, Vivi, holst du dich schon mal alle Infos, 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 ins, dropp die Infos, versorge Vivi. Ah, so, dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Und damit zu gehen. Ah, ja, geil. Ihr musst, glaube ich, erst mal nestern, nestern. Ja, da haben wir zumindest schon mal eins. Naja, ich glaube, ich bin zu langsam mit der Armbrot. Da haben wir auf jeden Fall noch mal eine Menge Gasoline. Aber wo ist der Rest? Aber... Im Moment sehe ich es nämlich nicht. Hm, wo denn? Da. So, da vorne war das Gas. Gas, äh, Gas sag ich schon, äh, also Gasoline. Warte mal, ich mach mal eben neue. Kann ich das irgendwie auch wieder mitnehmen? Okay, schau rein. Könnte nicht schlecht sein. Ähm, Medipack bin ich voll. Warte mal, das wechsle ich. Dann kann ich nämlich das hier noch mitnehmen. Äh, da gibt's vielleicht Schrott. Wow. Ja, müssen wir aber drüber sprechen. Hat Teso eigentlich nur einmal Kosten oder dann auch monatliche? Ähm, die Antwort kann ich mit beides beantworten, Kalix. Also, das ist einmal Buy-to-Play. Gerade mit der neuen Erweiterung kriegst du alles, was es davor gab. Also, das Basisspiel. Ähm, Somerset und Morrowind. Da ist alles da drin. Und auch die neue Erweiterung Elsewire. Alles zum Preis quasi eines Vollpreisspiels. Damit kannst du dann so viel zocken, wie du willst. Es gibt allerdings noch ein Überbleibsel vom Abo-Modell. Das nennt sich Teso Plus. Damit hast du dann mehr Inventory-Platz fürs Crafting und ein XP-Boost und noch ein paar andere Goodies. Das kannst du dazu buchen, musst du aber nicht. Kannst du monatlich, dreimonatlich, vielleicht halbjährig und jährlich bezahlen. Ähm, ich sag mal, ich glaub, wer Fan ist und wirklich das Spiel exzessiv spielt, wird das mitnehmen. Allein wegen denen mehr Platz für Crafting-Klamotten, weil sonst seine Tasche irgendwann voll ist. Ähm, aber zum Reinschnuppern und erstmal ist, nein, wenn du es halt wie ein Vollpreisspiel wirklich nur einmal Level durchspielen willst, brauchst du es dafür halt nicht zwangsläufig. Also du hast halt quasi die Wahl. Also es ist Buy-to-Play mit Option auf Abo-Modell für ein paar Goodies. Und wir starten erstmal quasi mit dem nur Buy-to-Play. Und wenn's uns gefällt, können wir vielleicht so ein Abo mal abschließen für ein paar Monate. Warte, aber erstmal, guck mal so rein. Was macht's? Und Parsi hat sich's jetzt auch schon geholt, Kalix. In spielt es ja auch, wie gesagt, die ist ihr Spiel mit den meisten Stunden. Da heißt, die ist da absolut Crack drin. Oder Nerd, oder sucht die. Ja, mal schauen. Ähm. Warte mal. Schreib dir mal ein Wort in den, ähm, äh, Mod-Chat. Das sollte dir was sagen, denk ich mal, Kalix, oder? Dankeschön, dass du mir dein Geld gibst, aber mit mir kriegst du den Key nicht. Trotzdem, dankeschön für 29 Monate. Danke, Nico, du Verrückter. Dankeschön. Äh, ja. Da hab ich's nämlich auch her. Einmal hier, plump. Das sollte reichen. Das Risiko war zu hoch. Kehre zu deinem Bike zurück. Okay. Ah, Busa hier, ist Deacon, kommen. Lost Lake Camp, ist irgendwer da? Dick, Dick, bist du das? Ja, Busa, ich bin's. Hey, ist es schön, von dir zu hören, Bruder. Ja, ich freu mich auch, dich zu hören. Pass auf, ich hab nicht viel Zeit, da... Die, die Forschungsanlage, in der Sarah gearbeitet hat, die beim Iron Butte, wo die Ripper waren. Du weißt, welche Anlage ich meine, ja? Also hör zu, hier ist Nahrung. Viel Nahrung. Mais. Also sag Ricky, sag Iron Mike, sie sollen wen schicken. Du hast sie gefunden? Was, du hast Sarah? Ja, ich hab sie. Busman, ich hab sie. Das ist... Wahnsinn, Dick. Wann bringst du sie zurück nach Lost Lake? Nein, lass uns jetzt nicht damit anfangen. Dick. Ja. Es ist doch allein schon eine merkwürdige Situation, ey. Lost Lake Camp, kommen. Ah, verdammt. Äh, Lost Lake, kommen. Ricky. Okay, gut, pass auf. Dick? Ja, ja, ich bin's. Hör zu, da ist... Ich dachte, wir wären nie wieder von dir. Iron Mike sagte, du kommst nicht zurück. Pass auf, ich hab nicht viel Zeit. Hör zu, da ist... Hast du sie gefunden? Ja, ja, ich hab sie. Ricky? Das freut mich, Dick. Du hattest recht, wir haben's gepackt. Und sie zum Glück auch. Dick? Ja, okay, pass auf, da ist diese Farm, okay? Da gibt's Strom, da sind Elektrozäune. Elektrozäune, okay. Und wenn ihr herkommt, frag Busa, es ist, wo Sarah gearbeitet hat. Äh, beim Iron Butte, er weiß, wo das ist. Wenn ihr herkommt, findet ihr was zu essen. Ihr findet richtig viel Essen. Okay. Ah, wie geht's ihm? Oh, äh, gut, gut. Du glaubst nie, wen Iron Mike zum Sicherheitsschiff ernannt hat. Machst du Witze? Wow, das ist toll. Ähm, könntest du... Weißt du was? Hör zu, ich muss Schluss machen. Bis dann, Dick. Äh, weißt du was? Warte mal kurz, warte, warte. Äh, was du gesagt hast, das mit der Kerze. Du könntest recht gehabt haben. Ich weiß. Ricky Ende. Dann ist die erste Frage Ironfall auf der PS4, weil nicht PC-Konsole, sag ich nochmal dazu, weil das vergessen halt über die meisten. John, hier spricht Curry. Wo sind sie? Mir wurde berichtet, dass sie den Kontrollpunkt am Tielsenpass passiert haben. Ja, Captain, äh, es gibt eine Forschungsanlage in Iron Butte und, ähm, und Sarah, äh, Lieutenant Whittaker hat von einem wichtigen Gerät gesprochen, das sie braucht und, und das ist das... Ja, leider. Sie geht nicht an ihr Funkgerät. Der Colonel will wissen, wo sie bleiben. Sagen Sie ihm, äh, wir sind unterwegs. Der Colonel will mit ihr... Tut mir leid, Captain, sie, äh, die Verbindung, ich... Äh, wir fahren jetzt, St. John Ende. Ich hätte jetzt nicht sofort gesagt, klar, zieh uns durch. Wir wollen natürlich unsere Nubi-Erfahrung machen, aber ich hätte halt gesagt, wenn wir dann irgendwann auf Endgame sind, dann natürlich gerne. Also jeder ist halt eingeladen mit Wissen, wenn halt Tipps gefragt sind, halt... Dann irgendwie erklären, zur Seite zu stehen. Natürlich nicht alles vorkauen. Wie immer halt, wenn wir halt fragen, dann lieben gerne. Äh, und dann halt im Endgame natürlich. Wenn natürlich einen neuen Char auf der PS4 mitmachen will und dementsprechend dann halt eben einfach mitlaufen will, das sollte ja im MMO kein Problem sein. Ähm, ich wollte tatsächlich in Richtung, ähm, Templer gehen und hab mich da für diese Echsenklasse entschieden. Sorry, ich bin ein Loob, ich weiß nicht, wie die Echsenklasse heißt. Die klang als Scylla ganz gut. Ich muss mir ganz kurz einmal die Nase putzen. Äh, die läuft gerade. Ich mute mich einmal. BW. So, Reh. Äh, ja genau. Fürs Endgame liebend gerne. Und egal, wer sich neuen Char machen will oder so mitlaufen will, auch kein Problem, Ironfall. Aber wir halt eben Konsole. Aber es ist ein Versuch wert, also versuchen wir's. Ich weiß leider nicht, was Goldedition halt bedeutet. Ich hab halt die Elsewire, äh, jetzt neu erscheinende Version, wo alles quasi drin ist. Wann sollen wir starten? Äh, wir starten Mittwoch. Also wirklich dann die ersten Quests, äh, also Charaktererstellung mach ich jetzt vorher und aus dem Tutorialgebiet mach ich vorher, aber dass halt quasi Vivi und ich ab Mittwoch dann zusammenspielen können. Und dann gucken wir, wie das Spiel halt ist. Ich hab noch nie in Elder Scrolls gespielt, kein Skyrim. Sieben Jahre WoW-Pause, äh, sieben Jahre MMO-Pause. Von daher, mal reinschauen. Wir wartet eventuell ab. Nicht, dass es nachher falsche Vorstellungen sind und das nicht gefällt oder so. Nicht, dass ich schuld bin, wenn ihr jetzt irgendwas kauft. Wenn, macht's gerne, aber ich bin nicht schuld. Alles okay? Ey, willst du nicht kommen und was essen? Ja, eine Sekunde. All meine Sachen sind klatschnass. Oha. Nicht alle. Ich dachte mir, wird nie wieder warten. Ja. Tank brauchen wir, Kalix. Ähm. Willst du jetzt was essen oder? Ja? Ja? Ja, okay. Ja. Gott, ich hab nicht mal Hunger. Ja, ich auch nicht. Ist dir kalt hier? Komm her, komm her. Komm her. Ich glaub da noch nicht dran. Ich spuck gleich mit der Wahrheit raus oder so. Ich bin verheiratet und hab drei Kinder. Oha. Ich bin verheiratet. Nein, ich bin verheiratet. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Also es hat halt eben angezogen. Das heißt, ja, das Gameplay an sich ist schon das gleiche geblieben, aber die Cutscene und der Content, warum du das machst dazwischen, ist halt deutlich mehr geworden. Und es braucht aber seine 30, 40 Stunden, bis es halt dann irgendwann mal anzieht. Das ist halt schon eine ganze Menge. Da kann ich halt verstehen, wenn Leute sagen, ja, ist halt nicht meins. Oh. Es wird kalt. Und eine Frage habe ich aber noch an Inns, glaube ich, heißt Inns und nicht Winns. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du ja gesagt, es gibt drei Allianzen. Wir haben auch die Allianz gefunden, die du erwähnt hast, aber dann diese Allianz sind ja die Völker, glaube ich, gekoppelt. Und das geht nur, wenn man dieses Abenteuerpaket erstellt, dass man das frei wählen kann. Weil sonst ist ja quasi, zumindest PVP, wenn ich es nicht richtig verstanden habe, und nur PVP, wenn ich es richtig verstanden habe, dann nicht mit gleichen Klassenrassen möglich. Oh Gott, das ist so kompliziert. Ich hoffe, Inns hat wenigstens ansatzweise die Frage verstanden. Oha, ein Herstellungsrezept. Der Liebescocktail. Was habe ich jetzt bekommen? Fernlenkbombe. Aha. Individuelles Design freigeschaltet. Oha. Warum ist denn alles gelb? Ich will was in lila. Jemand, den ich mal kannte. Du kannst auch die Allianz wechseln mit dem Shop-Item. Aha. Du kannst auch die Allianz wechseln mit dem Shop-Item. Aha. Verdammt. Sarah, kommen. Sarah? Verdammt. Okay. Na gut, das ist zum Sack. Ja, ich weiß es auch nicht. Deswegen war ja die Frage, weil theoretisch, so wie ich das jetzt verstanden habe, wählt man am Anfang die Allianz. Da sind halt eben Klassen drin. Und wenn ich jetzt in Allianz 1 halt eine coole Klasse habe und Vivi in Allianz 2, könnten wir halt kein PVP zusammen machen. Alles andere schon. Geh weiter, Kumpel. Geh weiter. Ich hab's verstanden. Hm, ist aber richtig. Los, los. Hey, was ist hier los? Captain? Dr. Jiménez wurde ermordet. Was? Dieser Scheißkerl. Oh, scher Gott. Hat ihm die Kehle aufgeschüttet. Wo ist Taylor? Hat Taylor was gesehen? Die Betäubungsmittel sind weg. Taylor. Meine Schuld. Ich teilte ihn für die Krankenstation. Nein, nein, nein. Das meinte ich nicht. Ich meinte, Taylor ist ein Junk. Okay, wir können uns jetzt erstmal die Morgenandacht anhören. Die wird sich wahrscheinlich ein bisschen gewaschen haben. Ich glaube, wir werden alle ein bisschen zusammengestaucht. Ich glaube, wir werden alle ein bisschen zusammengestaucht. Ich glaube, wir werden alle ein bisschen zusammengestellt. für unsere Kranken und Verwundeten. Die große Tragödie ist nicht der Verlust eines guten Mannes, obwohl mir das alles wirklich sehr leidtut, sondern dass dieser gute Mann nicht ersetzt werden kann. Dr. Jiménez war der einzige Arzt in unseren Rängen, vielleicht der ganzen Welt. Und jetzt sehe ich es. Ich sehe unseren großen Fehler. Wissen und Vorräte füllen die Arche. Fachzeitschriften, Medizinbücher und Enzyklopädien sind vorhanden. Doch wer soll, wenn dieses Gemetzel vorbei ist, uns zeigen, wie man sie nutzt? Bücher sind austauschbar. Fachzeitschriften und Enzyklopädien auch. Dr. Jiménez, unser einziger Arzt, ist nicht austauschbar. Ich ziehe mich in Trauer zurück. Praise, praise, praise the sun. Und das solltet ihr auch weggetreten. Und Honkinator, 30 Monate, 30 Monate bin ich schon dabei. Juhu, so schnell vergeht die Zeit. Ich danke dir, Mann. Sei gegrüßt und schon guten Abend. Ja, und ins, na klar, ich meine, das ist doch der Grund, warum ich jetzt auch dann mal gesagt habe, MMO. Weil halt jeder, der mitspielen kann, abgesehen jetzt mal vom PC-Konsolen-Problematik, halt mitspielen kann. Äh, was? Habe ich jetzt gesagt, jeder, der mitspielen kann, jeder, der mitspielen will, auch mitspielen kann. Weil ich ja sonst keine Multiplayerspiele spiele. Und wer der MMO, das sagt ja, glaube ich, der Name. Da sollte es ja mal echt möglich sein, dass man halt irgendwie mal irgendwas zusammen macht, wenn ich da, wo sonst. Und sei gegrüßt von Honkinator. Und nochmal vielen lieben Dank. So, ich mache jetzt nochmal die Kamera an. Jetzt haben wir nämlich sehr viele Cutscenes hier halt gehabt. Ähm, Ufei. Ja, im Moment haben wir nichts offen. Wird jetzt, glaube ich, dann ein bisschen was per Funk kommen. PS4. Ja, wir machen gleich Schluss, klar. Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal die Mission anfange, aber, äh, erstmal muss eine aufgehen. Es gibt nichts. Es scheint gar nichts. Kein Job verfügbar, keine Mission. Ich glaube, ich gehe erstmal kurz pennen. Jeder, der mitspielen kann, kann halt mitspielen. Ja, ist illegal, weil es verboten ist. Doch, weißt du mal Bescheid. Hey, du solltest nicht hier sein. Ich sage manchmal auch dumme Sachen. Ah. Könnte Politiker werden. Fällt keinem auf. Ja gut, das ist, die Problematik hast du halt, solange es leider, leider. Und da sage ich, da blame ich dann tatsächlich Sony, ähm, dass es nicht ein Server ist oder ein Multiserver ist, sondern eben tatsächlich gesplittet ist, weil Sony das halt nicht zulassen will. Das ist halt immer noch schade. Das, wer, wer zum Teufel ist, äh, Adiapuna. Weil tatsächlich überall sagt man ja, ne, wir sollen nicht trennen überall gleich und spiel mit wem du willst und wo du willst und dann die Technik trennt und das ist eigentlich ja überhaupt nicht mehr nötig. Also von daher, ja, nun. Ja, ich will einmal schlafen. Ja, ich werde eine Weile meine Augen schließen. Ja gut, aber ganz ehrlich, Cyberslayer, auf, also ein MMO auf zwei Plattformen spielen, wenn du das vielleicht ganz, ganz casual machst, kann das vielleicht noch funktionieren. Aber gibt es jemanden, der wirklich ein MMO suchtet, aber das auf zwei Plattformen gleichzeitig spielt mit zwei Accounts? Also das könnte ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man hat ja immer dieses Gefühl, was INS tatsächlich schon benutzt hat, das ist mein Main. Alles andere wäre dann ja quasi so Twink-Charakter und, ähm, ist halt eben nicht der Main. Das kann ich schon nachvollziehen. Also das hatte ich bei WoW auch. Ich hatte einen Main-Char, den habe ich geliebt, gehegt und gepflegt. Der Rest war Twinks, die habe ich zwar auch viel gespielt und auch gelevelt und ausgestattet, aber der Main war der Main. Und wenn ich den auf meinem anderen Account halt nicht hätte, weil es halt eben ein anderer Server ist oder so. Das wäre nicht so meins, glaube ich. Ne, ich will hier nichts abliefern. Ich will eigentlich die nächste Mission. Ich glaube, ich muss mit meinem Bike mal aus dem Camp fahren, sonst passiert hier nichts. Achso, klar, wenn man schon beides zur Verfügung hat, äh, ja, das ist natürlich praktisch. Dann kannst du überall mitspielen. Klar, Cyber-Slayer, so rum natürlich schon. Also nur für mich wäre es halt tatsächlich nichts. Also, äh, und damit meine ich jetzt nicht mal, dass jetzt, äh, äh, irgendwie Kosten gescheut werden oder so, sondern einfach, ich würde mich halt erstmal, äh, auf eins halt konzentrieren. Das würde ich halt gar nicht hinkriegen. Klar, wenn er es natürlich schon hat oder so, dann natürlich ist ja was anderes. Äh, also wenn ich es jetzt richtig mitbekommen habe, ich habe es noch nicht gespielt, Cosmos, ist es tatsächlich über die vier Buttons. Das heißt, du hast vier Skills und über die Trigger-Tasten, also acht Skills. Und sind wir mal ehrlich, wer benutzt mehr als acht Skills? Hier spricht Corey. Hey, äh, ich werde Taylor verfolgen. Es wurden bereits Patrouillen losgeschickt. Der Colonel ist außer sich. Ja, das glaube ich. Der Doc war ein Guter. Captain Jiménez war der einzige Doktor hier. Okay, Taylor hat mal was davon gesagt, zur Skihütte raufzufahren. Ich werde mal nachsehen, ob er da ist. Geben Sie mir dann Bescheid. Und Corporal, der Colonel will Taylor lebendig. Okay. Verstanden. St. John Ende. Judy, aber jetzt gucke ich auf die Uhr. Das machen wir heute nicht mehr. Ich speichere jetzt hier einmal. Wir könnten gerne noch zwei, drei, vier, fünf Minuten quatschen über Elders France Online gegen es übrigens, Cyber Slayer. Oder halt, äh... St. John, kommen. Hier ist Captain Corey. Ich habe einen Job für Sie. Captain Corey, äh, im Diamond Lake Außenposten nehme ich an. Verstanden. Weil dann kann ich nämlich auch nochmal zu dem was sagen, was Lou gesagt hat, beziehungsweise was Cosmos gesagt hat. Gespeichert habe ich, aber ich speichere hier nochmal. Tatsächlich das, was man vielleicht aus WoW noch damals kennt. Ähm, ich habe Zeitburning Crusade Heiler gespielt. Dass du dir jeden Rang deines Heilzaubers, deiner vier verschiedenen Heilzauber, also quasi große Heilungen, Rang 1, 2, 3, 4, 5, 6, dass du halt wusstest, wie viel sie heilen und je nach Situation für Mana Conserve den, den etwas downgerankten Spell halt einsetzt und dementsprechend 20 Skills auf der Tastatur gebunden hast, ohne Scheiß, das haben sie nachher in WoW auch alles rausgeschmissen und plötzlich hattest du in WoW, wie Lou es eben jetzt ja auch gerade schon bestätigt hast, auch nur noch 5 oder 6 Skills, weil der Rest war Notfall, CD oder hast du nicht gesehen. Also das heißt, du brauchtest die Skills dann dementsprechend auch nicht mehr und sie haben sie rausgeschmissen. War zum Beispiel eben auch ein Grund, warum ich das irgendwann sehr, sehr schade fande. Weil da hast du damals zum Beispiel noch die Spreu vom Weizen getrennt in WoW, wo du halt gesehen hast, dass es ein intelligenter Heiler war, der gut mit seinem Mana haushalten konnte, der halt nicht immer nur die größte Heilung rausgeballert hat, alles ins Overheal und plötzlich out of Mana war, sondern derjenige, der gesehen hat, wie viel fehlt, den entsprechenden Skill auswählt, wenig Overheal produziert und am Ende vom Kampf noch Mana hatte. Und die Möglichkeiten haben sie nachher einfach alle genommen, weil du nur noch den höchsten Rang benutzen konntest. Und das heißt, es wurde halt immer einfacher, weil alles reduziert wurde. Das heißt, die Entscheidungen, die du als Spieler treffen konntest, welchen Knopf du drückst, wurden immer weniger. Und genau das war halt eben irgendwann der Grund, warum ich in WoW gesagt habe, er ist auch nicht mehr meins. Und deswegen, ich glaube mittlerweile, es gab schon, ich glaube, Force hatte sogar ein Video dazu gemacht. Der hatte sogar damals die PC-Version von WoW, einen Krieger, auf dem Controller gespielt, weil er im Endeffekt reduziert war es einfach nur taunt, Rüstungstor reißen und irgendwie ein Skill, der Wut verbraucht, irgendwie spalten oder so. Und damit hat er halt getankt. Ab dem Schuh noch Schildblock und ein Schildwall, fertig. Und dann kriegst du auf dem Controller locker gemappt. Also von daher, machbar ist das halt schon. Ja, gespeichert habe ich. Ergo einmal zurück zum Hauptmenü. Da mache ich mich auch nochmal groß.